Leute, Xenoy hat den Stream verlassen, der wurde so sehr getiltet, der ist so sehr getiltet, dass er den Stream verlassen hat. So, hi. Du bist gemütet, ne? Du hast dein Mikrofon ausgemacht. Jojojo, alles easy, alles easy. Ne, das ist richtig. Elo, du warst im Master. Ich bin leider wieder Diamond 1 gedroppt, aber... Oh mein Gott, really? Ja, peinlich, ich weiß. Hä, warst du nicht noch gestern Master? Ja, war ich auch. Du warst 200 LP, achst du 10 Game Losing Streak oder was? Nein, 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 ich war nicht gestern 200 LP, ich war gestern noch Master, dann Losing Streak und dann wieder Diamond 1 gedroppt. Scheißendreck, okay. Ja, und meine MMR ist auch am Arsch, ich verliere 28 LP und gewinne nur 19 oder 20, das ist auch ein bisschen blöd. Du meinst ja, du bist quasi in OTP? Ja. Wo siehst du denn so deine Probleme? Die klassische Ausrede, mein Team hintet. Ne, aber also mein Problem ist, Kasadin ist halt ein übel schlechter Early-Game-Champ und in der Regel, wenn man dann, sag ich mal, gecounterpickt wird, irgendwie Gegnerpickt, Talon, Nafiri, Cassiopeia, irgendwas Mitte. Der kann halt einfach, sag ich mal, wenn es irgendwie so eine Minute 4 oder so ein Crapfight stattfindet, kann der halt direkt dahin roamen und ich kann ihm nicht folgen. Weil, wenn ich dann irgendwie einen Bush-Face checke, während ich dem Gegner mit Lena folge, werde ich dafür halt gepunished. Ne, weil der Gegner mit Lena kann dann einfach turnen und mich angreifen, seine ganze Kombo draufballern und ich muss dann entweder wegrennen, wegflashen, was auch immer und ich kann halt nichts machen dann. Bro, bist du Kanak? Ja. Das hört man voll raus. Hä, wieso? Weil du mitten beim Sprechen lauter wurdest, so typischer Kanake. Woher kommst du? Äh, also ich bin Türke aus Konja. Äh, ich hab die schlechte Angewohnheit so lange gehabt, ich rede immer laut und schnell, weil bei uns zu Hause galt die Regel, wer am schnellsten und am lautesten gesprochen hat, der hatte immer recht. Ja, vielleicht ist das bei mir auch so. Naja, mich stürzt nicht. Ich fand's einfach nur funny, weißt du? Ja, ja. Ne, aber ich glaub, das kommt eher so von meinem Vater, weil mein Vater hat ein extrem lautes Organ, also Sprechorgan, so wenn er redet, er brüllt auch immer irgendwie die ganze Wohnung voll. Mhm. Okay. Ja, ist ja auch normal, ne? Bro, also eine andere Sache ist, ich bin ein Jahr chat restricted. Ein Jahr? Ja, ich hab's geschafft, ein Jahr chat restriction zu bekommen. Moment, Moment, darum müssen wir erstmal reden. Hast du die auf einmal bekommen oder hat sich das angesteckt? Ne, ne, das hat sich angesteckt. Es hat angefangen, ich hatte einen Tag chat restriction oder paar Tage auf jeden Fall. Während, bevor das abgelaufen ist, hab ich es geschafft, eine Verlängerung zu bekommen auf eine Woche, bevor die abgelaufen ist, auf zwei Wochen oder nach auf einen Monat und jetzt kommt das krasse. Ich hab's geschafft, diesen einen Monat es nicht zu verlängern. Und genau an dem Tag, wo es hätte weggehen sollen, hab ich nochmal geflamed. Und es hat sich auf ein Jahr verlängert. Wow. Wie ich mal chat, ich beantworte mal Jinx-IRL kurz. Post-Game-Lobby. Ich hab im Post-Game-Lobby immer mit den Leuten diskutiert und die beleidigt. Okay. Nein, also ich war nicht gigatoxik. Also bei Riot Games ist auch das Problem, die sehen das ja auch als toxisch an, wenn man einfach viel schreibt. Weißt du, ich hab nicht mal irgendwie blacklisted Wörter, benutzt irgendwie Leute als eine Retards oder so beleidigt oder irgendwas beleidigt, sondern ich hab halt legit mit den Leuten einfach diskutiert so nach dem Game. Und Riot sieht das irgendwie auch als toxisch an und dafür wird man auch bestraft. Cringe. Was denkst du, wodurch du deine Games gewinnst? Oh, gute Frage. Ja, manchmal muss man ja auch wissen, wo seine Stärken sind, ne? Ähm... So, das hat, Leak-Spieler beschäftigen sich mehr mit ihren Schwächen als mit ihren Stärken. Ich... Das ist eine echt verdammt gute Frage. Weil, wenn man nach seinen Stärken gefragt wird, man will auch nicht so irgendwie überheblich klingen, weißt du. Aber ich würde einfach sagen, wenn ich gut snowballen kann mit Kasadin, weißt du, wenn ich irgendwie... Keine Ahnung. Nee, eigentlich, ich sag's ja so, wie es ist, meine meisten Games gewinne ich, wenn in den ersten fünf Minuten einfach nicht gefeedet wird. Weil, Bro, in den ersten... Ich erwarte von meinem Team einfach nur, dass sie in den ersten fünf bis sechs Minuten, wo ich noch nicht Level 6 bin, dass die einfach nicht feeden. Und in den meisten Fällen... Ich bin noch nicht mal Level 6 und irgendwie steht der Gegner-Jungler 3-0 oder mein Gegner-Mitlaner hat einmal Mitte-geroamed Level 3 und hat Double-Kill bekommen, weißt du. Und dann denk ich mir, Bro, was soll ich machen? Hm, okay. Weißt du, ich schreib ja meinen Kollegen an... Ne, weißt du, das sag ich dir nicht, das sag ich dir nicht. Was hat er gesagt? Hat er gesagt? Welcher Low-Elo-Dog hast du in deinem Coach? Darum ging's nicht, darum ging's nicht. Also der Typ ist richtig crack, wenn es irgendwie um Items geht, um Runen und so richtiger One-Stick ist das, weißt du. Mhm. Der schreibt dir direkt eine halbe Bibel, was ich persönlich nicht schlimm finde, denn manchmal, wenn man halt so Leuten begegnet, ich folge auch so einigen One-Sticks auf Twitter, falls die so neue Technology entwickeln, weißt du. Ich find das immer sehr interessant, wie die das Spiel einfach sehen. Also ich sag halt immer, so Leute wie ich, ich hab Abi gemacht, aber er hat Fach-Abi. So, also er ist halt direkt in die Richtung Kasadin gegangen, so gesehen. Ah, okay. Während ich halt League gelernt habe. Okay. Jetzt, wo du Items angesprochen hast, ich mach eine Sache auf Kasadin. Das Ding ist, ich spiel auch Kasadin seit Season... Seit Season 9, glaube ich. Seit Season 10 oder seit Season 9, ich weiß es nicht mehr genau. Ne, ich glaub seit Season 10. Äh, ich bilde immer als Mythic Everfrost. So, und manche haben mich schon im Chat, also in meinem Chat dafür so, ne, geflamed, sag ich einfach mal. Die sagen, warum gehst du Everfrost? Aber ich, ich persönlich, es passt halt meiner Meinung nach zu meinem, äh, Playstyle am besten. Nein, 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 du hast verkackt, du hast jetzt schon verkackt. Okay, warum? Okay. Das würde mich interessieren. Okay. Du sagst, es passt zu deinem Playstyle. Ja. Also ich habe nichts gegen Everfrost selbst, ne? Everfrost kann durchaus korrekt sein, ne? Ähm, ich würde persönlich eher sagen, es ist in ganz vielen Games eher in einer Priorität weiter unten. Im Vergleich zu, äh, Rod of Ages, äh, Crown und, und Dudens. Aber sieh's doch mal so. Wird, ist League ein Spiel der Emotionen? Ähm, ich weiß nicht. Ne, ne, würde ich nicht sagen. Wirst du mit der Macht der Freundschaft Games auf einmal gewinnen? Achso, nein, das auf gar keinen Fall. Okay. Jetzt, ich hatte mal einen Typen bei mir. Da hat jeder, da war Artux Giga Broken, wo du fully feltig gegangen bist. Da ist es neu rausgekommen, bevor er seine Nerfs kassiert hat. Okay, ja. Der konnte nicht mit Eclipse spielen. Er wollte immer Gordrinker haben. Gordrinker war das schlechteste Item im ganzen Game. Er ist immer noch weiter für Gordrinker gegangen. Warum? Er sagt, ich kann nicht mit Eclipse spielen. Du bist doch in einem Elo-Bereich, wo du dir sowas doch nicht leisten kannst. Wenn du doch sagst, das ist mein Playstyle, dann stell ich mir doch die Frage, warum hast du keinen Alternativ-Playstyle? Was ist denn, wenn dein Playstyle in diesem Game bad ist? Es ist, ist eine gute Frage. Das Einzige, was du tust, ist es, also aus meiner Sicht, ist, du bist faul. Du willst nicht aus deiner Comfortzone rauskommen. Man hält sich selber zurück. Genau. Ja, ich kann's verstehen. Aber du denkst nachvollziehen. Ne, doch, ich kann's auch nachvollziehen. Aber ich bin, ich bin halt einfach, ich bin dem halt einfach gewohnt. Weißt du, zum Beispiel, was ich halt einfach an Everfrost, also weswegen ich es halt bilde, ist, weil ich in, in der, in allen meinen Kassadin-Games die Erfahrung gebracht habe, es ist broken, dass du als Kassadin noch einen Stun hast oder einen Root, weißt du, dieser Everfrost-Root, weil in der Regel, sobald ich Everfrost habe, engage ich fullhart in den Gegner mit Laner. Ich stunne ihn und entweder force ich seinen Flash, weil bevor der Everfrost-Root abgelaufen ist, habe ich meine Ult wieder ready und dann kann ich einfach nochmal auf seinen Kopf ulten, weißt du, was ich meine? Und dann hau ich halt einfach so viel Damage raus und entweder muss er wegflashen oder ich töte ihn. Ja, dann sag ich ja nichts. Das hört sich auch an wie ein perfektes Szenario. Ja. Wie oft hörst du jemanden sagen, Alter, ich gehe mit Amumu rein, ich mache fünfmal Ulti und danach machen wir fünfmal Uri und MF-Ulti rein. Ja, okay, Ult mit Everfrost zu vergleichen ist jetzt, glaube ich, nicht so das Ding, oder? Nein, nein, das stimmt, aber ich habe mir das bewusst so ein übertriebenes Szenario genommen. Natürlich ist es im perfekten Moment perfekt, aber dann ist doch manchmal die Frage, brauche ich das überhaupt? Also ich habe es aus Erfahrung jetzt herausgefunden in all den Jahren, dass ich es schon brauche, weil Everfrost hilft in so vielen Fällen, auch in Teamfights. In Teamfights, du willst ja als Kassadin vor allem, du willst ja den gefährdetsten Gegner eigentlich so viel Damage wie möglich raushauen. Und in der Regel läuft es halt dann so ab, wenn ich meinen Flash, also wenn ich meine Sums ready habe, stack ich halt meine Ult, dass die halt in der Folge gestackt ist. Und dann flashe ich auf den Gegner drauf, haue meine ganze Kombo raus und dann noch der Everfrost dann on top. Zum Beispiel sagen wir mal, der gefährdete Gegner ist ein AD Carry, dann stunne ich den Gegner AD Carry mit Everfrost noch, dann kann mein ganzes Team noch drauf hauen, weißt du? Also der kommt da gar nicht mehr weg. Ich frage, ist, wie muss ihn denn Everfrosten, damit er stirbt? Safe. Warum? In der Regel schon, wenn du irgendwie, keine Ahnung... Kommt der wieder auf den Champion an, oder nicht? Ja, schon. Wenn du so gegen einen Asyl spielst oder so, weißt du, wenn du keinen Everfrost hast, der eht einfach weg. Ja, oder... Wenn du ihn aber Everfrost ist, dann kann er halt nicht einfach so wegnehmen. Oder er eht dein Everfrost. Oder Xayah holt sich das einfach, wenn du auf sie draufjumpst, als Beispiel. Dann haben wir ja wieder, ne? Also in deinem Kopf, also so kommt das rüber, wenn du das beschreibst. Oh, Sylvie, perfektes Szenario, Everfrost, die sind tot. Stimmt dann auch so gesehen. Aber was ist, wenn du dann selbst nicht überlebst? Was haben wir die selbst, wie CC zum Beispiel, haben? Ich glaube, Sonja. Also, ne, wenn wir jetzt über... Wenn du es bis dahin hast, da sind wir ja schon wieder. Das geht nicht ganz so weiter. Ja, ey, ich hab's in den meisten Fällen. Also ich hab's dann auch in den meisten Fällen, weil ich hol ja Stopwatch. Also ich hol Everfrost, Seraph's Embrace und dann Stopwatch. Und dann bilde ich's halt into Sonja. Warte mal. Also so, so bilde ich immer meine Items. Außer ich spiel jetzt gegen einen ADSS in Mitte, irgendwie gegen Talon. Dann ist mein erstes Item immer, äh, Seekers Armguard. Warte mal kurz, ich versuch mal den Castor-Typen ranzuholen. Vielleicht, vielleicht macht er mit... Ich hab jetzt keinen Bock von dem Castor-Team-Main. Das wäre so funny, ich schwöre es dir. Der schreibt einfach halbe Bibel über Optimization. Ich will jetzt nicht hier mit dem Castor den Typ mich hin und her beleidigen. Nein, nein, der ist mega entspannt. Der ist super, super lieber Typ. Nein, quasi, ich weiß, ich mach das auch. Nein, also ich weiß auf jeden Fall, bei mir ist noch Luft nach oben. Wie gesagt, mein Peak war jetzt vor irgendwie zwei Wochen oder so Master 200 LP. Ich war einen Monat lang jetzt die ganze Zeit Master. Immer so zwischen 100, 200 LP hin und her halt, ne, win, lose, win, lose. Und jetzt hat mich halt leider eine fette Loose-Streak getroffen und ich bin Diamond 1 gedroppt. Irgendwie wieviel LP, 30 LP oder so. Deswegen, also ich glaube, da ist noch einiges an Luft nach oben. Was sowohl mein Makro angeht, als auch irgendwie so Itemization und so. Aber im Grunde bin ich schon ziemlich confident mit meinem Castor-Team, würde ich aber sagen. Weil die meisten Match-Ups gewinne ich. Ich gewinne meine Match-Ups gegen Talons, gegen Nafiris, gegen Cassiopayas. Weißt du? Ja. Habe ich erst gestern sogar gespielt gegen einige. Gegen einen Nafiri habe ich gespielt, hab die eigentlich hart rasiert. Aber ich habe die Runde trotzdem, glaube ich, verloren. Hier gegen Jons gewinne ich eigentlich ziemlich auf meine Lane. Ganz selber kommt immer von Philipp. Ich habe dem Typ geschrieben, ne? So, äh, 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 ob er dabei sein will und bla. Er meinte, er ist 15 Minuten zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt kommt. Ähm. Und ich habe nicht gesagt, Bro, das wäre funny. Er ist halt sehr eingeschränkt mit Mindset. Das wäre so funny, wenn du dabei wärst, weil du denkst ja in sehr viel, also er denkt in sehr viele Ecken rein. Mhm. Und, und dann, und dann habe ich gesagt, er predigt mir Everfrost jedes Game. Er schickt mir drei Fragezeichen. Ja, ich kann mir schon denken, dass das viele nicht verstehen, aber so habe ich halt Kasadin. Das Ding ist halt, ich habe Kasadin angefangen, als neu die Mythic Items rauskamen, ne? Ja. Wann kam die denn raus? Season 10 oder 9? Äh, boah, gute Frage. Ich glaube 10, oder? Kann sein. Weil, bevor die Mythic Items rauskamen, hat man ja immer Road of Ages gebildet auf Kasadin. Als erstes Item. Und das habe ich auch damals gemacht. Moment mal, machst du mal deine Manchester Street auf? Wie bitte? Mach mal bitte deine Manchester Street auf. Hast du, ja, was ist, oh mein Gott. Warte, 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 warte. Ich habe AD-AD gespielt, falls du das meinst. Jetzt schreibt der Typ. Lass mich raten, er geht Sonja's third jedes Game. Skull Emoji. Ey, ja, Bro, natürlich. Bro, wenn du es nicht gehst, du stirbst einfach. Das würde dir nicht passieren, wenn du mit den Items umdenken würdest. Bro, also schau mal, aus meiner Erfahrung, wenn du kein Sonja als drittes Item hast, okay? Und drei Items bedeutet ja irgendwie so, ist es schon über 25 Minuten das Game in der Regel, oder? Also 25 Minuten, 30 Minuten ungefähr? Ja. Also 25? Bruder, du willst ja in Teamfights eigentlich reingehen und den Gegner AD Carry one-shotten. Ja. Richtig? Oder zumindest so viele Damage wie möglich raushauen. Das mache ich zumindest. Ich, wenn du ohne Sonja reingehst, Bro, du flashst rein oder was auch immer, weil du halt, ne, sonst nicht an den AD Carry rankommst, weil er ganz hinten steht oder was auch immer. Bro, du bist direkt tot, weil die Gegner auch alle drei Items haben. Und deswegen ist halt meine, mein Place alles so, ich flash in den Gegner-Adicate rein, hau meine ganze Combo raus, everfrost ihn sogar noch, dann kann mein Team auf ihn noch drauf springen, ganze Combo draushauen. Und in der Zeit Sonja ich, und während ich aus dem Sonja rauskomme, hab ich mein Ult wieder ready und kann, ne, sagen, wenn ich sehe, okay, fuck, dieser Fight ist knapp, ich kann jetzt nicht irgendwie, äh, meine Ult weiter aggressiv benutzen. Also erstens, pass auf, jetzt Backen halten. Erstens, was hat dir der Enemy ADC getan? Also schon von dem, wie du redest, ist es, du tunnelst immer dort mega hart drauf, das kannst du nicht in jedem Game machen. Das ist eine Sache. Ne, 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 auf jeden Fall nicht. So, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie sehe, Gegner mit Läden ist irgendwie Todesgefieder, dann fokuse ich halt ihn, weißt du, aber in der Regel ein 3-Item-Ad-Carry im Late-Game oder im Mid-Game so ist halt auch schon giga-strong und den will man eigentlich nicht for free von hinten drauf fahren lassen. Zweitens, gehst du davon aus, dass dich alle ignorieren? Ja, ich habe hier Sonja, ich kann, wenn die, also ich, sobald ich meine Kombo rausgehauen habe, drücke ich ja Sonja und in der Zeit muss mein Team dann einfach mit rein engagen und fighten. Und wenn ich sehe, okay, wenn ich in diesen zweieinhalb Sekunden sehe, okay, der Fight verläuft gut und der AD-Carry von dem ist vielleicht sogar gestorben, dann, nachdem ich aus dem Sonja rauskomme, gehe ich weiterhin aggressiv in meiner Ult rein. Wenn ich sehe, okay, der Fight verläuft nicht so gut, dann gehe ich mit der Ult raus. Okay, was ist denn, ich mache mal ein Beispiel, wo nicht... ...dass du Sonjas hast, weil du es gar nicht brauchst, weil die Gegner so oder so auf, ich sag mal, ein bisschen mehr Richtung Low Damage aus sind oder halt nicht genug hätten, sodass du dir ein anderes Mythic-Item holst, als Beispiel, ne? Ich sag mal, Road of Ages oder Crown oder so. Ähm, wenn du dir das holst, deswegen, dass Sonjas gar nicht brauchst und dann auf Item 3 dir was Schönes kaufen kannst. Auf Item 3 was? Auf Item 3 kannst du dir dann, ja, was Schöneres holen. Road of Ages oder was würdest du sagen? Also, kommt drauf an, ja. Das kommt natürlich immer drauf an, ja. Aber es geht ja generell um das Mindset an sich, weil du musst mal drüber nachdenken. Ähm, es hat ja einen Grund, dass dieser andere Kasady-Typ sagt, der hat das, der kennt dich nicht mal. Der hat einfach random gesagt, ich wette, er geht drittes Item Sonjas. Was denkst du, wo das herkommt? Ich weiß nicht, also das Ding ist halt, anscheinend braucht er es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie sein Spielziel ist, weißt du? Vielleicht ist das irgendwie ein Kasadyn-Typ. Ah, Moment, Denkfehler wieder. Er braucht das nicht. Er hat ja gesagt, jedes Game, du bist ja von dem, was du machst und auch wie du redest, bist du mental stuck mit. Das habe ich auf OPGG mal gesehen, das habe ich irgendwo in einem Video gesehen, das baue ich jetzt jedes Game. Nein, 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 so nicht. Also, ich spiele, wie gesagt, seit drei Jahren. So kommt das ein bisschen rüber. Ja, kann gut sein, das kann ich nachvollziehen. Aber, wie gesagt, ich spiele halt seit drei Jahren oder so jetzt Kasadyn-Typ gefühlt. Und ich habe es halt einfach so in Erfahrung gebracht. In Games, zum Beispiel, als ich mit Kasadyn quasi neu gespielt habe, habe ich halt einfach gemerkt, ey, wenn ich kein Sonya oder kein Stopwatch early habe oder nicht early, sorry, sondern halt eben diese 20. 25. Minute, wo es halt viele Fights gibt, vor allem Baron-Fights dann eben so starten, ist man einfach voll benachteiligt. Weil du gehst halt rein, bist zwischen irgendwie voll vielen Gegnern und die börsten dich einfach tot. Okay, darf ich fragen, warum du Fleet mitgenommen hast? Ja, weil ich gegen Syndra spiele. Okay. Also, gegen Meelies gehe ich Electrocute. Ich gehe auch nicht First Strike. Vielleicht lacht dieser Kasadyn-Typ mich jetzt auch wieder aus, aber ich gehe nicht First Strike. Ich mag das irgendwie nicht, ich weiß nicht. Weißt du denn? Also, ich kann es einfach, also, ich habe es auch noch nicht probiert, aber ich wüsste nicht, wo das so stark sein soll. Ich müsste es mal probieren. Digga, ich fand das so interessant einfach. Also, First Strike generell ist ja keine Rude für die Laning-Face. Du kriegst ja kaum Damage raus, das Geld ja prozentual. Du kriegst ja kaum Gold raus, weil das Geld ja ebenfalls prozentual. Aber das war crazy. Du meinst ja auch, du hast dir dieses eine Coach angesehen, das ich mit ihm hatte. Also, der geht im Mid-Game für irgendwelche Random Trades rein und kommt einfach mit 100 Gold raus. Das ist crazy. Okay. Der nutzt das quasi nur, um im Mid-Game mehr Gold zu generieren, mehr oder weniger. Und im Late-Game ballert das halt mega rein. Mhm. Ja, also, wie gesagt, ich gehe halt immer gegen so, äh... Ich versuche mal von hier zu laufen. Okay, ich dachte, vielleicht laufen die hier entgegen. Ja, tun die sogar. Ah, ich habe Sonja, weil ich wusste jetzt nicht, ob die Kaiser den killt. Äh, Sonja zeige ich schon. Ich bin so auf Sonja hängen geblieben. Ignited, meine ich. Weißt du, äh, was macht denn Fleet für dich aus in diesem Match-Up? Äh, in der Regel, wenn ich für einen Outer-Deck gehe, also das nehme ich, wie gesagt, fast immer gegen Ranged oder gegen, äh, so Ranged Mage-Gems in der Mitte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für einen Outer-Deck gehe, will mich Sintra halt dafür bestrafen mit einer Kuh oder sie will halt jede Kuh eh benutzen, was auch immer. Mhm. Und ich kann das dann halt einfach damit, äh, sag ich mal, ein bisschen countern. Entweder durch das Healing, was ich bekomme, oder halt dieser Movement-Speed-Buff. Ja. Also dieser Movement-Speed-Buff hilft einem einfach enorm, dass ich quasi, ne, ihre Bälle doschen kann. Auch wenn ich nichts gegen Bälle habe. Spielst du denn aktiv drumherum? Wie aktiv drumherum? Alter, ich krieg jetzt schon Giga-Deck-Hemorrhoiden, ne? Äh, alles gut, alles gut. Äh, like, Leute, er geht, er geht, Doran chillt, Second Wind, er kann, und er hat Fleet dabei. Also Fleet ist ja Piss-Bad eigentlich, ähm, er kann easy, er kann easy, er kann easy ein bisschen Leben traden, um an die CS ran zu kommen. Ja, das ist halt das Ding. Obwohl, gegen Syndra kann ich ihr schon so in den River folgen, aber wenn es jetzt irgendwie so ein Talon oder so wäre, dann checkt halt mein Team in der Regel nicht, dass ich halt early, ich kann halt nicht so hart reinpushen wie die Gegner, und ich will auch nicht irgendwie eine Wave verlieren, ähm, um dann zu meinem Jungler zu gehen. Weißt du, was ich meine? Ich würde dich sowas von reporten, kann ich dir jetzt schon sagen. Wieso denn? Äh, hat das einen Grund, dass du Syndra so krass respektierst? Ja, schon. Welcher? Bro, ich, ich hab keinen Bock, jetzt eine ganze Kombo auf meinen Kopf zu bekommen. Und, okay, sie gibt dir eine ganze Kombo, wie viel Leben verlierst du? Ich denk schon ein paar hundert, also aus Erfahrung, ich, das tut schon weh. Sag ein Prozent, sag ein Prozent. Bro, ich, schon ein paar hundert. Sag mir, wie viel Prozent Leben verlierst du von einer Kombo von dir? Ich weiß es nicht genau, Mensch. Sie hat dir gerade mit einer Q 10 Damage gemacht, crazy. Ja, es geht halt einfach um, äh, also, ich, ich weiß nicht, ist es schlimm, dass ich das so respektiere? Also, mein Playstyle ist, ich spiele extrem safe bis Level 6 und ab Level 6 geht es nicht. Und deswegen bist du bad, das sehe ich jetzt schon. For real? Wofür nimmst du Dorans Schützeckend Wind mit, wenn du nicht gewillt bist, Leben zu traden für etwas? Boah, ich trade ein Leben für Farm. Wo denn? Bro, ich bin immer even in CS eigentlich. Also, wo tradest du gerade ein Leben für Farm? Nee, allgemein in der Laning Phase. Das sehe ich nicht, das kann ich dir direkt in der ersten Wave schon zeigen. Du willst mir sagen, ich könnte, äh, Syndra, äh, outtraden. Du sollst dich doch nicht, äh, wer redet denn von traden? Okay, aber was meinst du damit respektieren? Du gibst ihr gerade den Push die ganze Zeit for free. Die hat schon fast gar kein Mana. Ist doch kein Wunder, dass deine Jungler so crazy Schwanz bekommen. Ja? Syndra kann vor ihrem... Wenn sie jetzt aber kein Mana hat, kann sie jetzt auch kaum helfen. Oder sehe ich das falsch? Die kann jetzt einfach basen. Du schenkst dir gerade die ganze Lane. Ich finde, das ist actually crazy. Ich weiß gar nicht, wie du es auf 200 LP geschafft hast. Bro, hey, for real jetzt? Ich meine es ernst, also ich joke nicht rum. Warte, 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 ich muss... Okay. Also Chat, ich joke nicht rum, ich lass ihn gleich wie Gold aussehen. Okay, okay. Nee, wie gesagt, ich bin hier um zu lernen. Weißt du, ich bin hier um zu lernen. Ist ja alles okay. Ist ja alles okay. Ich bin nicht stur oder so, weißt du? Ich bin... Ich weiß, da ist noch einiges an Luft nach oben bei mir. Da ist sehr viel Luft nach oben. Denn dieses Farmen und Scalen kannst du hier komplett knicken. Nee, nur bis Level 6, bro. Es geht um die ersten 6 Minuten. Das ist alles, was ich möchte. Hast du nichts dazu sagen? Ich möchte einfach bis Level 6 for free farmen, ohne... Weil das Ding ist halt auch, ich spiele ungern mit TP. Weil ich einfach mit Ignite diese Killpressure gerne habe. Ich spiele nur mit TP irgendwie, wenn ich gegen, keine Ahnung, Tristana oder sowas spiele. Weißt du, wo es halt wirklich... Wo du halt einfach... Okay, du hast auch keinen Killpressure auf denen, so mäßig. Oder gegen Kasupaya spiele ich auch mit TP. Weil ich einfach weiß, ey, ich werde sie niemals killen können eigentlich. Und ich auch so, ich bekomme einen Gank. Aber... Oh, die Kamala, die darf einfach auf die Wave pushen. Die hat K-Mann. Okay, schau mal. Eine andere Sache ist, eine andere Sache ist, ich bin wie gesagt gerade am... Ich bin ja wie gesagt mit dir gerade am reden, deswegen bin ich auch nicht 100% konzentriert. Das muss man auch sagen. Ich achte gerade ehrlich gesagt nicht drauf, wie viel Mana sie hat oder so ein Shit. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Weißt du, warum? Was ist 2 plus 2? Ihr. Cool. Du konntest mir doch darauf antworten, oder? Weil du die Antwort direkt wusstest. Ja, natürlich. Zudem, das was du sagst, ist auch sehr... Ja, ich chill halt einfach. Du sagst ja selbst, dass das genau das ist, was du machst. Ja, siehste, das ist halt das Ding. Ja, warum? Ich hab noch nie was von Train gesagt. Oh Shit. Okay, der hat seine... Oh fuck. Ich hab nicht gesehen, dass er das... Leute, Xenoy hat den Stream verlassen. Der wurde so sehr getiltet. Der ist so sehr getiltet, dass er den Stream verlassen hat. Ich weiß nicht, bin ich schlecht, Digga? Ja, ich mein das ernst. Also ich hab 5 Minuten safe gespielt. Was ist da dann schlecht? Ich kann doch als Kasadin nicht pressuren. Doch. Vor Level 6. Okay, Moment. Dein Problem ist, du definierst Pressuren als, ich töte den Gegner als ein Champion. Davon war nie die Rede. Nee. Ja, okay, nee, da gibt's dir recht. Du schenkst ihr for free per Maprio. Warum? Du hättest dich schon früher in die Bay schicken können. Du hast Doranschild Second Wind dabei. So wird das gar nicht für mich. Doranschild Second Wind... For real? No, Digga, ich lass dich gleich legit wie Silber aussehen. Guck mal, warum haben wir Doranschild Second Wind mit dabei? Ah, warte mal, lass mal kurz. Damit, damit, falls sie mich irgendwie... Weil das Ding ist auch, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es irgendeine verfickt, verkrackte Syndra. Weißt du, die mich irgendwie die ganze Zeit... Also anstatt, dass sie irgendwie die Waves farmen mit ihren Abilities, pressiert sie mich die ganze Zeit und versucht mich down zu pokken. Weißt du, weil das hab ich auch schon oft gehabt. Aber die hier scheinen die anscheinend nicht mich zu fokussen, die versucht einfach die Wave die ganze Zeit rein zu pushen, weißt du? Ja, die kann machen, was die will. Ja, aber was soll ich denn auch machen? Ich kann ja nicht so schnell rein pushen wie sie. Sollst du doch gar nicht davon... Hast du dich schon einmal mit Waves auseinandergesetzt? Ja. Glaube ich nicht. Bro, willst du mir... Also, Digga. Okay, pass auf. Wir sagen, wir haben zwei verschiedene States... Ah, warte. Lass mal gleich drüber reden. Wir tun jetzt folgendes, okay? Wir werden gleich im Reapers oder so alles besprechen, dann kann ich es auch zeigen. Ist natürlich ein bisschen besser, ne? Okay. Wie hast du jetzt vor Weihnachten zu machen? Chat, der redet einfach so. Ich versuch sie bald solo zu killen, weil sie ist schon ziemlich low, so mäßig. Der redet einfach so. Jetzt ab Level 6 ist halt mein Game, weißt du? Jetzt ab Level 6 kann sie nichts mehr machen, bitte. Jetzt ist halt meine Lane, weißt du? Bis Level 6 fress ich immer den Schwanz, schluck ich alles runter, was sie mir in den Mund wirft, aber danach ist es halt meine Lane. Ja, weil die sind doch auch Astro Bad ist. Ja, komm, weißt du? Anstatt, dass er so ein bisschen Respekt gibt, dass ich so... Fast 10 CS habe, die Minute gegen eine Syndra mit TP, Digga. Aber die Syndra macht ja auch nichts gegen dich. True, aber ich lasse sie auch nichts machen. Ne, das stimmt gar nicht. Du hast doch auch nichts auf sie gemacht. Ne, habe ich auch nicht. Also ey... Oh, Mann. Du wirst gleich bemerken, was ich meine. Okay. Das ist einfach... Okay, okay, okay. Ich bin echt gespannt, Alter, weil bis jetzt für mich ist das eine übelst gute Runde. Für mich, also oder eine Laning-Face, sage ich mal. Ja, da macht ja auch nichts. Es wäre peinlich, wenn du nicht diese Farm hättest. Bro, also... I don't know. Das ist nicht die beste Syndra, das muss ich auch zugeben. Das ist nicht die beste Syndra auf jeden Fall, aber... Dass auch eine bessere Syndra wäre, hätte ich auch so gespielt und ich wäre ja nicht behind, sage ich mal. Weil das Nervigste mit Kasadin ist halt, was ich jetzt aus... Was ich halt in all den Games so als Erfahrung jetzt gemacht habe, ist, dass es einfach halt ekelhaft ist, wenn man mit Kasadin behind fällt im Early Game. Ja, stimmt. Und deswegen habe ich es mir halt einfach beigebracht, okay, egal was ist, egal was für ein Matchup, ich darf nicht behind fallen. Ob es Tristana Mitte ist, was auch immer es Mitte ist, ich will nicht behind fallen. Und deswegen spiele ich immer bis Level 6 so safe. Echt, wie gesagt, es war nie die Rede davon, dass du dem Gegner fett auf die Fresse haust. Okay. Ich muss jetzt aufpassen, weil die ist dort. Leute, wir müssen ihn dazu bringen, weniger mit mir zu reden. Er soll sich mal auf das Spiel konzentrieren. Ja, das war klar. Wenig Respekt, Bro. Was tue ich? Egal. Haben wir überlebt. Nice. Für dein Team sieht es auch gerade gut aus. Ja, ja, ja. Winner Queue. Oh, shit. Wann ist die zurückgekommen? Oh, die ist wütend. Ja, ja, die ist extrem wütend. Hast du denn für dich jetzt erstmal so weit ein Ziel, wo es hingeht? Wie bitte? Meinst du mich? Ja. Inwiefern, wo es hingeht? Ja, äh, Placer-mäßig. Spiel, äh, ähm, ja, jetzt versuche ich halt, meinem Team zu helfen. Was definierst du? Also, jetzt versuche ich halt immer Mitte zu, also ich, mein Ding ist halt auch als Kassadin, ich spiele sehr oft auf Sidelanes und einfach pressuren. Bro, einfach pressuren ist komisch. Das ist so, als ob du dich fragen würdest, wie kann ich gewinnen? Und dann sagt ich, der macht den Nexus kaputt. Ja, okay. Weißt du? Nee, das klingt schon so, wie ich es ausgedrückt habe. Aber ich versuche halt immer irgendwie, ich weiß nicht, ich versuche halt einfach auch so schnell wie möglich Level 16 zu werden. Oder halt, dass ich einfach nicht behind bin in Farm und Level. Oh, zurück ist Xenoy nicht drinnen. Ah, wenn der das mit dem Level 16 hört. Ja, okay, die habt ihr gewordert, anscheinend. Der ist richtig an der Engelstand, dass der will 16 Kassadin will. Okay, da habe ich gefetzt fingert. Egal, der hat mir Schwanz gegeben. Das ist das Wichtigste. Ne, ich habe da gefetzt fingert, Digga, ich habe meinen Flash, äh, Ultgeways, äh, gefällt. Aber egal. Ich bin dafür, dass du den Call holst. Er will nicht in die Call kommen. Ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon gesagt, er soll kommen. Aber meint er würde Aids kriegen und die nur beleidigen. Okay. Okay, also was ich jetzt verstanden habe, wo du auch recht hast, ähm, ich hätte im Early Game, die sind dann nicht einfach so reinpushen lassen sollen. Bro, pass auf, pass auf, wir tun folgendes, okay? Es ist immer besser. Mhm. Konstruge ich erstmal weiter auf das Spiel, ja? Wenn ich dir hier und da ein paar Fragen stelle, kannst du auch antworten. Das, was davor war, gehen wir dann danach in Ruhe durch, weißt du? Okay, easy, okay, okay. Ist gleich ein bisschen cooler. Also, warte, wo waren wir jetzt nochmal die nächsten fünf Minuten? Wie bitte? Also, wo willst du jetzt in den nächsten fünf Minuten hingehen? Bro, das kann man doch nicht vorhersagen, oder? Also, je nachdem, wie sich das Spiel halt entwickelt. Doch, klar. Okay. Ich kann zu dir sagen, deine Botlin will in die Mitte, dann gehst du zu Botlin hin, holst Ceprio, ganz schnell, hier mit der Roteer. Okay, ich hab' ich nicht drauf geachtet, aber das ist selbstverständlich, ja? Wenn Botlin Tower fällt, dann geh' ich Botlin. Es gibt viele Sachen, die selbstverständlich sind. Vielleicht für mich, aber nicht vielleicht für dich. Bitte jetzt nicht lachen, ich kaufe Everfrost. Mach dein Ding, ganz entspannt, ganz entspannt. Okay, und ich seh auch, die haben sehr viel CC. Deswegen, manche Games, ich sag's dir ehrlich, obwohl die haben einen Dings, ich geh' ich's ausreboot, ich sag's dir ehrlich, manche Games, wenn die sehr viel CC oder AP haben, dann geh' ich sogar, äh, Merc-Treads. Ist das was zum Auslachen, oder nicht? Die haben ja sehr viel CC, no? Die haben Shen-Torn, die haben Echo-Stun, die haben, äh, oder nicht? Silver-Stun, Thresh-Q. Ey, Leute, der Bre ist ein korrekter, okay? Ich werd' ihn zwar gleich ein bisschen hart rannehmen. Ich war auch ein bisschen am Rum-Joke. Aber jetzt zeig' ich dir, weswegen Everfrost big ist. Bang! Bang! Deswegen, deswegen bilde ich Everfrost, Digga. Wo ist dieser Kassadin-Typ, der mich ausgelacht hat? Wo ist er jetzt? Würdest du einfach ihn können? Nee, hätt' ich nicht. Okay. Aber es ist nicht genau wieder das, was ich meine? Du nimmst jetzt einfach ein perfektes Szenario, wo's gut ist? Bruder, du willst nicht wissen, in wie vielen Games man mit Everfrost disengagen kann. Wo es einem den Arsch rettet. Zum Beispiel, ich sideline jetzt, okay? Und dann kommt irgendein Spinner hier aus dem Busch, ich Everfrost-Stun ihn, und er kann nichts mehr machen, ich bin weg da, boom. Aber ich disagree auch nicht mit dir. Aber du kommst ja wieder mit einem Moment an. Das ist ja so, als ob du sagst, boah, Digga, deswegen ist QSS gut. Wenn ich im CC bin, drück' ich auf QSS, und dann bin ich raus, Amonokum. Weißt du, was ich meine? Das ist ja natürlich, wenn du über den Bereich sprichst, wo ein Item gut ist, dass du dann sagst, boah, das Item ist voll gut. Dafür ist es doch da. Ja, ist logisch. Ja, hast du auch recht. Weißt du, aber... Ich disagree ja nicht mit dir. Okay. Hey, normal muss ich die Energy kopieren. Das sieht aber entspannt aus, ne? Wenn dich da auch so niemand auffällt. Wie bitte? Sieht auch entspannt aus, wenn dich da niemand auffällt. Was machst du, Eierkopf, da überhaupt? Bist du auf die Bot eingegangen, um Ping-Pong mit der Syndra zu spielen? Ich will sie solo killen. Was ist denn, wenn ich... Ich habe jetzt Emma Frost. Ich bin jetzt online. Du checkst das nicht, Sylvie. Okay. Das ist der Emma Frost Ausweich. Okay, ich warte drauf, dass Syndra jetzt einfach auffordlich zuläuft. Nee, das wird sie nicht machen. Ich weiß, deswegen gehe ich jetzt auch weg, weil Drake ist auch ab. Ich gehe Drake wollen. Du hast einfach pushen sollen und danach in die Mitte rotieren. Jetzt ist dein KZX tot, deswegen. Ja, ich weiß nicht, wieso der KZX gestorben ist, weil... Also, Fiora und ich, wir haben mal Side Lines gepressured. War das nicht gut? Bro, du bist am Ping-Pong spielen. Du hast Pio und gehst Ping-Pong spielen. Ja, für eine Wave habe ich das gemacht. Für eine Wave? Ja. Du wirst mal gleich deine ersten fünf Minuten angucken. Aber, also, mir geht es halt darum, ich glaube, du hast null Verständnis von Makro. Was? Ehrlich? Bro, ich finde, ich bin Makro-Weiser eigentlich ziemlich gut. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie Challenger oder weißt du, was ich meine, aber... Echt? Also, ich würde nicht so... Also, ich würde schon sagen, mein Makro ist besser als andere Masterspieler. Alter, lässt du da gerade eine ganze Wave droppen? Bloß kennen? Weil die Kreise gepinkt hat, dass sie da hingeht. Aber dann kannst du doch sehen, dass sie da doch nicht hingeht, oder? Ja, ich habe... Ich muss dir die antworten, Mensch. Du checkst das nicht. Ich bin ein bisschen auch unkonzentriert gerade, ne? Also, ich weiß ja selber, wie es ist mit so Streamen und so, ähm... Also, sagen wir nicht böse, ich kann natürlich nur das bewerten, was ich sehe und auch was ich höre, ne? Ja, ja, nein, 100% hast du recht. Aber ich würde jetzt eigentlich, wenn ich jetzt, ne, full konzentriert wäre, hätte ich jetzt nicht die Wave da einfach so verschwendet. Okay. Der ist ein Laberkopf. Also, er ist voll sympathisch, aber er ist ein Laberkopf. Also, zum Beispiel, was würdest du jetzt sagen? Sollte ich Bot-Tower pressern oder... Ja, weil mein Team gewinnt den Fight, ich kann Bot-Pressern, richtig? Ja, und kommst du oben noch rechtzeitig an? Soll ich oben ankommen? Ja, war ja Action. Würdest du da rechtzeitig ankommen? Ja, aber mein Team gewinnt ja schon den Fight. Warum soll ich da noch hingehen? Nein, das ist ja eine generelle Frage. Kommst du da oben überhaupt erst rechtzeitig an, unabhängig davon, ob die es gewinnen oder verlieren? Achso, ja, würde ich save. Hier, Everfrost-Value. Boom. Everfrost-Value. Ich sag's hier. Es ist der Everfrost-Value. Digga, der ist so low, der hättest doch einfach one-shotten können. Nee, nee, hätte ich nicht, hätte ich nicht. Hätte ich nicht, Sylvie. Weißt du, wenn er taunt... Moment, bei mir hat's kurz geklingelt. Moment, ich muss kurz die Tür aufmachen. Digga, wenn der Shen taunt hat, ist er einfach draußen. Wenn er taunt nicht hat, ist er nicht draußen. Wo ist da Everfrost relevant? So. Ja, ich war kurz AFK, aber die waren ja auch alle toten. Alles cool, alles cool, alles cool. Ich glaub, da war keine Gefahr jetzt. Ach. Ey, komm, ich hab mir bis jetzt in einem Spiel schon mehrmals gezeigt, wie Broken Everfrost ist. Und wenn diese Syndra nicht wie so eine Pussy spielen würde, dann hätte ich sie auch in der Lane öfter solo gekillt. Alter, ich glaub, gerade, du würd'n Schläger haben. Was ist denn, wenn der... Pass auf, wenn Shen taunt hat, wäre er dann noch rausgetauntet aus seinem Everfrost und hätte dann überlebt? Oh, eine Sekunde, meine Tür nochmal. Alter, Moment. Er flext einfach damit, dass er eine Tür hat. Oh, Everfrost! Let's go! Ja, hast du gesehen? Endlich verstehst du's. Maschine! Leute, ohne Everfrost? Ja, ich kann mir nichts kaufen. Ich glaub, ich kaufe... Oh, die haben es ründert, okay. Also, wir tun jetzt folgendes, okay? Ja. Ich glaub, das wird dir schwerfallen. Aber lass uns mal mit folgendem Mindset reingehen, okay? Mhm. Alles, was du sagst, ist dumm. Alles, was ich sage, ist eine Lüge, okay? Was? Ich kann... Alles, was du sagst, ist jetzt dumm. Und alles, was ich sage, ist eine Lüge, okay? Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ey, mir fällt erst jetzt dein Ingame-Name auf. Ja. So. Ein One-Year-Chat-Restricted. Oh, hab ich das richtig geschrieben? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, One-Shot. Actually One-Shot. Okay. So. Ich muss dich von dem überzeugen, was ich sage. So spiel ich an... Weil ich bin ja der Lügner, ne? Und du musst versuchen, deine Dummheit schlau rüberzubringen, okay? Wir kämpfen jetzt gegeneinander quasi. Okay. So. Wie kommen wir bei dir in die Übertragung? Yes, ich hab meine Übertragung an. Das Erste, was wir hier durchgehen, das Allererste, ist das Konzept. Also wir wenden das jetzt auf Minions an. Aber wir können dieses Konzept auf alles übertragen. Hast du schon mal Kartenspiele gespielt? Äh, tatsächlich bin ich sehr schlecht bei Karten und Brettspielen. Außer Uno. Aber ich bin nicht irgendwie so... Ich kann Poker nicht. Ich kann Blackjack nicht. Ich kann nicht mal Schach spielen. Okay. Also ich hab's halt nie gelernt so, weißt du? Jetzt geb ich dir mal hier ein Beispiel an. Du hast 3000 Gold auf Tasche. Du hast 100% HP. Du kannst 90% HP verlieren. Für einen guten Recall. Oder machen wir sogar 99%. Wie würdest du dafür gehen? Ich kann 99% HP verlieren. Du verlierst... Das sind Fakten jetzt. Du hast 100% Leben. Du hast 3000 Gold. Es kostet dich 99% deines Lebens für einen guten Recall. Gehst du dafür? Nein. Warum nicht? Weil ich nur noch 1% HP bin und sterben kann. Aber das sind doch Fakten gerade. Du... Hä? Bist du tot, wenn du noch 1% Leben hast? Nein. Nein. Aber... Mann! Packen halten! Ich rede! Okay. 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 Du wirst mir einfach nur ganz klipp und klar antworten. Okay? Okay. So. Ich hab nichts... Also, verstehe mich. Ich weiß, ich hab nichts gegen dich, ne? Aber du... Nein, nein. Ich weiß. ...schweifst zu viel ab. Ich will das hier ein bisschen produktiv noch halten. Wenn du mit 1% Leben in der Base bist, bist du tot? Nein. Aber du redest ja auch jetzt wieder von einem perfekten Szenario. So, weißt du? So. Ich gucke gerade. Habe ich dir aber auch von Anfang an gesagt. Habe ich dir von Anfang an gesagt? Ja. Wir reden jetzt hier von Hartfakten. Okay. Schau mal. Wenn ich... Wenn ich weiß... Ich bin zu... Halt die Fresse! Lass uns beim Thema... Lass dich einfach drauf ein. Ich bin zu 100% nur 99... Äh, nur 1% noch 1% HP. Natürlich nehm ich dann den Recall. Okay. Wenn ich weiß, ich kann zu 100% nicht sterben... Ja. Und ich bin mit... Auch wenn es 1%... 1 HP ist, nicht mal 1% sondern 1 HP ist, natürlich nehm ich dann den Recall. Wenn ich zu 100% weiß. Okay. Dann sagen wir, du investierst dein Leben für... In diesem Fall, äh, Prio auf der Wave, damit du Recall kannst, korrekt? Korrekt. Okay. Dann ist ja das Investieren nicht Schlimmes, oder? Dass du Leben verlierst, um etwas anderes rauszubekommen. Okay. Jetzt übertragen wir das nochmal in ein anderes Beispiel. Okay. Leute, er redet immer so laut, okay? Er meint das nicht böse oder sowas. So sind ihr Kennex halt. Ich war früher genauso. Bin ich zu laut? Du kannst mich gerne leiser machen. Du brüllst mich schon quasi an. Aber das stimmt mich nicht. Das stimmt mich null. Ich bin... Wie gesagt, meine Mutter hat mich auch mal angeholt. Bruder, ganz entspannt. Nein, ich schreie nicht mal. Das ist halt einfach so... Das ist normales Leben für dich. War bei mir genauso. Also ich nehme das nicht böse. Red einfach ganz normal weiter, ja? Okay. Mein, mein... In der siebten Klasse hat der stellvertretende Schulleiter auch immer zu mir gesagt, brüll mich nicht an, während ich normal geredet habe. Ja. Deswegen, red einfach ganz normal weiter. Ich habe das Problem immer mit Frauen gehabt. Wenn ich mit Frauen diskutiert habe, haben die gesagt, ey, du schreist mich an. Und ich denke mir, what the fuck? Leute, er hat aggressiven Risks, okay? Ja, ist so. Aber komischerweise stehen die Frauen auch darauf, weißt du? Gibt's auch, gibt's auch. Ja. Nein, okay, sorry. Ich will nicht vom Thema. Also, jetzt haben wir das Konzept, wir nehmen jetzt Minions als Beispiel, von Minions verlieren gegenüber Minions investieren. Ganz wichtiges Konzept für dich, weil dann wird auch gleich alles, was ich sage, auch mehr Sinn machen. Also, ein Minion zu verlieren, kann man auf zwei Arten definieren. Nummer eins ist, du verkackst den Last Sitten. Straight up, du bist bad im Last Sitten, ja? Ich kenne die Minions gut aus. Nummer zwei ist es, du verkackst die Rotation. Zum Beispiel das mit der Bot 9 Wave, ja? Wo du gedacht hast, dass Kai's reingeht. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich dich jetzt abgelenkt habe oder nicht, wurde die Wave verkackt. Also, du hast Minions verloren. So, Minions investieren ist jetzt ein bisschen anders. Wir sagen, du verlierst ein CS, ja? Das sind 20 Gold, machst dem Gegner aber 150 Damage. Und jetzt gibt's hier ein Problem. Verlieren, das Wort Verlieren, womit verbindest du das Wort Verlieren? Du bekommst nichts im Ausgleich. Ne, Verlieren ist Minus. Ja. Ja? Ich verliere. Minus, Minus ist negativ. Aber wir wollen kein Minus haben. Ja. Das Ding ist aber, du verlierst es ja nicht, sondern Verlieren ist ja nur hier oben. Sondern du investierst es. Du investierst. Ist es worth it, ein CS für 150 Damage zu traden? Ja, im Early Game schon. Okay, warum? Das ist vielleicht ein Viertel deines Lebens ungefähr, ne? Ja, kommt doch ungefähr. Das ist ein Viertel deines Lebens. So, jetzt rechnen wir das aber nochmal um. Ein Pot kostet 50 Gold. Und mittlerweile halten die und hielt 120 HP. Das heißt, du tradest deinen Gegner für 1 CS, machst ihm 150 Damage, er nimmt den Pot. Ah, okay. Hast du den Trade gewonnen? Ja, habe ich. Warum? Weil er 30 Gold mehr ausgegeben hat quasi, als ich. 30 Gold ein paar zerquetschte. Ich habe 20 Gold quasi verloren, aber er hat insgesamt 50 Gold ausgegeben, weil er den Pot genommen hat. Genau. Jetzt sagen wir, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter nachdenken. Wir sagen mal, du hast 100% HP und du verlierst 5% HP für 1 CS. Würdest du das tun? Nein. Warum nicht? Warte, 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 warte. Ich habe 100% HP und ich verliere 5% HP für 1 CS. Für 1 CS. Würdest du das tun? Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Ich, äh, hä? Du verlierst, keine Ahnung, ist ein Autotech ins Gesicht? Ja, nee, für ein Autotech, nein. Lohnt sich nicht. Warum nicht? Den CS zu verlieren. Ah, okay, du willst für den CS gehen, richtig? Ja, natürlich. Okay, jetzt sagen wir, du hast 30% HP und du verlierst 5% HP für 1 CS. Würdest du dafür gehen? Nein. Warum nicht? Davor hast du es doch getan. Ja, weil ich dann im, äh, es kommt halt aufs Matchup an, weißt du, wenn ich gegen irgendeinen Kanu oder so spiele. Steht hier irgendwo ein Champion-Name? Nein. Arbeite nur mit dem, was ich dir hier gebe, okay? Würdest du generell sagen, du kannst dir leisten 5% HP zu verlieren, wenn du nur 30% HP hast? Wenn ich danach basen möchte, ja. Nein, würdest du nicht. Es geht generell darum, konzentriere dich rein auf diese Aussage. Nein, ich würde sagen, nein, weil ich dann zu low bin für mich. Okay. Ich, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht basen müssen, weil in meinem Fall spiele ich auch meistens ohne TP. Okay, also können wir doch sagen... Ich würde sagen, nein, ich würde nicht 5% HP verlieren wollen, also ich würde nicht auf 25% HP droppen wollen für 1 CS für 20 Gold. Okay, also können wir dann noch sagen, dass Leben investieren in Ordnung ist, wenn wir auf den Kontext achten, korrekt? Ja, richtig. Okay, jetzt brauchen wir nicht noch kurz ein letztes Beispiel. Also, ne, du siehst, wir reden hier viel über investieren und dann was wir dann auch da rausrumpeln können. Jetzt sagen wir, dein Gegner hat 30% Mana und macht dir damit 30% Damage. Du hast 60% HP. HP, hättest du Angst davor getradet zu werden? Wie meinst du das? Also würde ich dafür, darauf eingehen? Äh, ich würde reingehen, ja, weil ich weiß, der hat dann keinen Mana mehr und kann da nichts mehr machen. Okay, das bedeutet, dieser Trade für den Gegner ist irrelevant. Stell dir vor, du bist in dieser Situation. Würdest du damit deinem restlichen Mana machen? Wenn ich der Gegner wäre? Nein. Doch, doch, ja. Du hast 30% Mana. Mhm. Was würdest du mit dem restlichen Mana machen, wenn sich der Trade nicht lohnt? Warte mal, also habe ich in dem Moment 30% Mana oder nachdem ich 30% Damage gemacht habe? Nein, du hast 30% Mana. Okay, und ich benutze dann meine ganze Kombo und mache dem Gegner 30% Damage. Nein, das tust du nicht, weil du bist ja smart. Du weißt ja, dass du mit deinen 30% Mana nur 30% Damage auf 60% Damage machst. Okay, ja. Das lohnt sich ja nicht, haben wir eben herausgefunden. Als Kasadin eigentlich schon, weil als Kasadin bekommt man mit Weh immer Mana back. Das stimmt, aber wir bleiben mal hier nicht bei Kasadin, sondern wieder beim Generellen. Ey, komm. Nein, das ist vielleicht ganz wichtig. Ähm, nee, ich würde das nicht eingehen. Stell dir vor, du bist Syndra. Was würde die tun, wenn sie smart ist? Die würde nicht die 30% Mana verschwenden. Aber was macht sie dann mit den 30% Mana? Ich weiß nicht. Die Wave pushen und basen. Ja. Right? Du musst ja auch wissen, wie dein Gegner funktioniert. Ach so, du meinst, ah, okay, du meinst, ich muss den, also, okay, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Also, ich muss, ich muss quasi wissen, okay, sie hat nur eine von zwei Möglichkeiten. Entweder sie macht mir damit Damage oder sie macht damit der Wave Damage. Genau. Okay. Genau. Aber das Ding ist, hat sie denn am Anfang vor Lost Chapter genug Mana, um gegen dein Crewschild, Doranschild, Second Wind und Fleet anzukommen? Nein, safe nicht. Oh, dann ist es mir doch egal, wie viel Ortex sie dir ballert, oder? Also, was heißt, egal, bis zu einem gewissen Level ist es mir egal. Deswegen habe ich mich auch so sehr beschwert. Du kannst sie komplett in den ersten ein, maybe zwei Recalls giga-hardt ignorieren. In Anführungszeichen, giga-hardt ignorieren. Mhm. Deswegen hast du ja alles for free geschenkt. Wieso hast du so viel Angst, wenn sie dir Damage macht, wenn du Doranschild, Second Wind dabei hast? Ich weiß ja nicht, was das für eine Syndra ist. Wie gesagt, ich hatte Glück, dass das... Moment, dafür fresse ich dich gleich. Dafür fresse ich dich gleich. Okay. Pass auf. Denn ich habe dir gesagt, ich wusste in der ersten Wave schon, dass du bad bist. Das zeige ich dir jetzt. Ich wollte nur vorher ein paar Regeln durchgehen. Mhm. Weißt du denn, wie Doranschild Second Wind funktioniert? Äh, jetzt, ich würde nicht sagen, spezifisch nein. Also, du kannst es gerne erklären. Wie jetzt? Du nimmst das mit? Also, meinst du, wie die Rune und das Item funktionieren? Ja, ich bekomme Leben zurück, wenn ich Damage erhalte. Wie viel? Ich glaube, Dorans mittlerweile 45 über 8 Sekunden und Second Wind. Boah, keine Ahnung, wie war das bei Second Wind? Bei Second Wind weiß ich nicht mehr genau. Was ist denn die Kondition der Heilung? Wie meinst du das? Was bestimmt, wie viel Heilung du bekommst? Äh, mein prozentuales Leben? Kannst du das etwas genauer beschreiben? Du nimmst das doch mit. Du musst doch wohl wissen, was das macht. Du bist ja jetzt kein Goldspieler. Wovon ist die Menge der Heilung von Doranschild und Second Wind abhängig? Das ist mega wichtig. Von meinem prozentualen Leben oder nicht? Ist das eine Frage? Ich bin mir unsicher tatsächlich gerade. Okay, okay, pass auf. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Dafür, dass du nur ein Champion spielst, oder fast nur ein Champion spielst, musst du das wissen. Denn es ist abhängig davon, wie viel Leben dir fehlt. Je mehr Leben dir fehlt... Ja, genau, also wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie viel ist es, äh, wenn ich unter einem bestimmten, also bei Doranschild zumindest, umso lower ich bin, umso schneller regeneriert das ja auch. Oh nein, desto mehr heilst du dich nicht schneller. Da steht ja, Restores Up to, also bis zu 45 Leben über 8 Sekunden. Je lower du bist, desto mehr heilst du wieder. Bei Second Wind genau dasselbe. Das bedeutet doch, je lower du im Leben bist, desto schwieriger hat Isindras dich zu töten. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Doch. Also aus meiner Erfahrung, aber okay. Doch, 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 weil du heilst dich ja mehr. Guck mal, ich mach mal ein Beispiel, okay? Also diese Nummern sind erst rein willkürlich einfach aus meinem Arsch gezogen. Wenn du 100%, ne, wenn du von 100% auf 90 gehst, durch einen Autotech von ihr, hielst du dich extra, und wie gesagt, die Nummern sind erst einfach aus meinem Arsch gezogen, 5 HP mehr pro Sekunde. Mhm. Wenn du aber von, wenn du auf 40 bist und sie Autotech dich auf 30 runter, dann geht diese Heilung von 5 auf, wie gesagt, einfach aus dem Arsch gezogen, auf 15 HP hoch nach 5 Sekunden. Oder halt pro Sekunde von mir aus. Okay. Und sie kann dich ja nicht wegbursten auf Low Level, richtig? Ja, richtig. Dann, Digga, lass dich so viel trainen von ihr, wie du willst. Ja, dann kommt halt der Gegner-Jungler. Ja, Digga, hab ich gesagt, du sollst wie ein dummer Idiot mit 10% Leben vor ihrem Taucher stehen, oder was? Akzept, pass auf, wir gehen doch erst jetzt ins Spiel rein. Ich versuch ja erstmal, ein paar Konzepte überhaupt erst hier mit reinzubekommen. Das wird nämlich alles gleich so viel mehr Sinn machen. So, okay. Kannst du sie auf Level 1 contesten? Ähm, nee, würde ich so oder so nicht machen, weil die Minions mehr Damage machen als der Champs selber. Funktioniert so oder so nicht, ja. Ähm, denn du machst ihr für dein, für das Mana, das du ausgibst, nicht genug Schaden. Du kannst aber, wenn du upsteppen möchtest, eine Kuh ballern und dann für ein Lasted gucken, oder? Ja, safe. Also, wenn sie eine Kuh auf mich macht, mache ich meine Kuh auch auf sie. Genau. In der Regel. Wir haben noch eben... Oder auf den Minion, damit ich einfach den Damage, den sie auf mich macht, damit blockiere. Ja, je nach Situation. Wir haben ja aber auch schon eben gelernt, dass Leben verlieren gar kein Problem ist, oder? Ja. Warum stehst du so weit hinten? Weil ich da gleichzeitig mit dir am reden war und ich dachte mir einfach, komm, ich... Also, das ist halt wirklich meine Ausrede gerade, ne? So, und... Ist okay, ist okay, ist völlig okay. So, jetzt stehen wir hinten, ihr Spell ist auf Cooldown. Moment. Musst du jetzt CS droppen? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich sehe, worauf du hinaus willst. Eigentlich nicht, du hast recht. Du kannst einfach upsteppen, ihr die Kuh ins Gesicht ballern. Aber ich bin Level 2. Das stört dich gar nicht. Du desablest ihr Firststrike, holst das Schild, Lasted ist das Minion, kannst mit Fleet auch noch weglaufen. Dann hast du ja selber gesagt, dass du mit Fleet sowas machen kannst. Ja, hab ich auch gemacht im Laufe des Spiels eigentlich. So, jetzt ist ihr Spell auf Cooldown. Wovor hast du Angst, dir die Minions zu order attacken? Das pusht ja sowieso in mich rein. Okay. Willst du als Beispiel... Und sie hat halt übertrieben viele Minions so. Das heißt, wenn ich eine Kuh auf sie mache... Wer redet von Kuh auf ihr? Deine Kuh ist eh auf Cooldown. Achso, ja, okay, sorry. Die steht doch in Bagdad. Ja, ja, ja. So, pass auf. Möchtest du... Ich ziehe mir jetzt wieder eine Nummer aus dem Arsch, ne? Gegen Syndra lieber 15 Sekunden unterm Tower sein? Oder 5 Sekunden? Ne, 5 Sekunden. Ist angenehmer, oder? Ja, safe. Und sie hat ja jetzt noch keine Pressure auf dir. Wollte was nicht tun? Dich order attacken? Wir haben Doran chillt. Wir haben Second Wind. Wir haben Fleet. Da passiert dir doch gar nichts. Ja. Und hier ist auch eine wichtige Sache. Angenommen, du machst im Normalfall 10 CS die Minute, okay? Mhm. Und deinen Gegner auch. Jetzt sagst du, du möchtest ja chillen, scalen und farmen, bis du 6 hast, richtig? Mhm. Was ist denn, wenn ich sage, du hast die Möglichkeit, sie immer noch auf 10 zu lassen oder sie sogar auf 9 runterzudrücken? Kannst du, lass ich dich nicht immer noch chillen, scalen und farmen? Ja. Okay. Was ist denn, wenn ich zu dir sage, ihr könnt beide 10 CS die Minute machen, aber sie kriegt nicht Permaprio, sondern sie muss hier öfters mal die Waves wieder gegendrücken. Wo ist er dann? Sorry, wie meinst du das? Option 1 ist ja, PP nehmen wir das, Permaprio. Syndra bekommt Permaprio. Oder aber Option 2 ist, du hast Freeze vor deinem Tower. Ja. Was ist besser für dich, wenn die Syndra Permaprio hat oder wenn du sie ab und an von Tower fließen kannst? Okay. Ja. Würdest du schlimm finden, Leben zu investieren dafür, dass du einen Freeze halten kannst? Nein, eigentlich nicht. Okay. In der Regel nicht, nein. Okay, okay. Merken wir uns das wieder. Weil auf den ersten Waves kannst du sie eh nicht contesten. Ich glaube, das habe ich ja sogar gemacht, oder nicht? Habe ich nicht die Minutes irgendwie sogar gleich zur Seite gezogen oder so? Äh, doch. Ich glaube nicht diese Wave, ich glaube die nächste Wave. Was ist denn, wenn wir hier vielleicht ein bisschen versucht hätten, an dieser Wave nochmal rumzueiern? Die wäre, also natürlich kannst du die Syndra am Anfang nicht aufhalten. Ja? Ja. Aber was ist denn, wenn du in anderen Matchups die Möglichkeit siehst, früher ein bisschen auszudünnen, früher mehr Lastes reinzubekommen, weil es dich nicht stört, als du Leben tradest, dann ist die Wave hier kleiner, dann kannst du die Caster Minions zumindestens vorm Tower tanken und dann? Mhm. Dann stört es dich wiederum nicht, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Dann stört es mich nicht. So. Na, wie gesagt, ich verlange nicht von dir, dass du sie umbringst oder sowas. Das geht realistisch gesehen nicht. So. Jetzt kommt sie vor. Fackt uns ein bisschen ab. Darfst du sie denn eigentlich einfach upsteppen? Gerade wenn ihre Kur auf Cooldown ist? Ich meine, es hat ja nicht so lange Cooldown. Darum geht es gerade nicht. Was ist denn, wenn du sie zwingst, Bahnhof nicht auszugeben? Stört dich das? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Das kannst du tanken. Nee, wenn wir Second Wind Doranschild haben, stört das nicht. Du willst es ja sogar darauf ankommen lassen. Denn technisch gesehen verlierst du die ganze Zeit Gold. Weißt du, warum du die ganze Zeit Gold verlierst? Siehst du diesen Stat hier? Life Rack. Das ist dein Life Rack, den du hast ohne Doranschild Second Wind, richtig? Ja. Ist ja nicht geproppt, wurde es ja nicht angegriffen. Der kann nicht ticken. Der ist gerade auf Null. Warum? Du kriegst ja keinen Schaden. Ich sag nicht, geh rein, Uga Buga. Sondern ich sag, Bruder, warum darf die hier vorne überhaupt erstehen? Zieh sie doch nach hinten. Zwing sie doch dazu, ein Spell auf dich auszugeben. Denn ich mach mal, warte mal, wie viel kostet sie eine Coo? Eine Coo von ihr kostet sie, boah, keine Ahnung, vielleicht, ich sag mal einfach, 8% ihres Manas. Was ist denn, wenn sie drei Coo's auf dich raushaut und es dich gar nicht interessiert? Ja, dann hat sie ihr Mana gewasstet. Genau. Und vergiss nicht, sie muss dich, wenn du low bist, muss sie nicht finishen. Hast du schon mal Top 9 gespielt? Ja, tatsächlich habe ich, als ich Ranked angefangen habe, Riven Top 4 Jahre lang gespielt. Okay, dann kennst du ja Garen als Champion. Ja, hasse ich. Garen ist ja, seine passive ist ja, wenn er nicht in Combat ist, hielt er sich hoch, richtig? Stell dir vor, du tradest mit Garen, ihr seid beide auf 60% HP. Ja, der geht einfach kurz an seinen Tower, ist wieder full. Jetzt tradet er mit dir, ihr seid beide auf 30. Jetzt hast du automatisch verloren. Warum? 100%. Wenn du auf Garen nicht committen kannst, um ihn jetzt zu finishen, hat er wieder 60% Leben. Du bist immer noch auf 30. Ja, 100%. Und dasselbe ist es auch bei Doranschitz Second Wind. Denn du healst dich ja, je mehr Leben dir fehlt, desto mehr haltest du dich auch hoch. Das heißt, desto mehr Bursts müssen sie auf einmal haben, um dich wegzuklatschen. Deswegen, was stört es mich, wenn du ein bisschen Leben verlierst? Step up, pressure sie ein bisschen mit einer Kuh. Guck mal, warum darfst du hier wieder normal gegenpushen? Ich habe halt, ich respektiere halt eher die Minions als sie, ne? Seid ich dir ehrlich. Warum die Minions? Weil die Minions mehr Damage machen als sie im Early Game. Und ich habe keinen Bock, wenn ich da jetzt eine Kuh auf sie werfe. Dann steppst du direkt nach hinten und du kriegst nur eine Kuh. Eine Kuh macht ja auch kein Damage. Schau mal, ich kann ja auch nicht auf sie upsteppen. Sobald ich auf sie upsteppe, wird sie mich ja nach hinten schlagen. Ich will sie nicht töten. Okay, nee. Aber was ist dann der Grund? Ich will ihr einfach zeigen, yo, du kannst sie nicht einfach upsteppen und die Minions last hitten. Das kostet sie eine Ressource. Hat sie unendlich Mana? Äh, nein. Okay. Hast du im Vergleich zu ihr, in Anführungszeichen, unendlich Mana? Nein, auch nicht. Okay. Doch, über deine Weg kannst du Mana wieder herstellen. Ja, ach so, ja, okay. Hast du Sustain Advantage ihr gegenüber? Ja, habe ich, 100%. Warum willst du das dann nicht ausspielen? Ich habe doch eben zu dir gesagt, was ist, wenn sie zwei, drei Kuhs einfach auf dich wastet und dich der Damage gar nicht interessiert? Weißt du? Der wäre auf jeden Fall ein guter Trait für mich, so Leben gegen Mana. Wenn du 100% Leben hast und du verlierst 5%, stört dich das? Nein. Wie viel Leben hast du gerade? 95%. Okay, jetzt darfst du nicht vergessen. Doran Schiltz, Second Wind, federt das ja ab. Mhm. Das heißt, es sind nicht 5%, es sind auf einmal 3%. Boah, stört mich doch gar nicht, oder? Es kitzelt doch nicht. Nein, ich meine, ich gehe so, wenn sie versucht, mich zu punishen dafür, dass ich zu den Minions gehe, also deswegen habe ich ja die Rune. Weißt du, dass ich überhaupt in Ruhe farmen kann. Aber du nutzt das doch null aus. Aber ich habe doch legit mehr CS gehabt als sie durch die Rune. Sie konnte mich nicht, also jedes Mal, also wie gesagt, diese Syndra war echt schlecht, muss man sagen. Aber auch wenn es eine bisschen bessere Syndra gewesen wäre, ich hätte quasi, also ich habe Doran Schiltz und Second Wind mitgenommen. Ich rede nicht über dich. Ich rede nicht über deinen Farm. Es geht mehr darum, wie du die Syndra impacten kannst. Wie du ihr das Mana aus den Taschen ziehen kannst. Wie du zulassen kannst, dass sie dich nicht einfach die ganze Zeit in AfK reindrückt. Und wie du sogar mehr oder weniger Priot zurück aufbauen kannst. Das ist doch mein Punkt. Das ist das Einzige, worüber ich rede. Okay? Ich konzentriere mich nicht auf dich. Es geht mir auch darum, wie kann ich meinen Gegner beeinflussen. Weißt du noch das Beispiel mit dem Mana? 30% Mana macht 30% damage. 100% da hast du recht, da hast du recht. Darum geht es mir. Zieh ihr doch das Mana aus den Taschen for free. Es kostet dich nichts. Selbst wenn du auf 70% Leben runterfällst, es kostet dich nichts. Weil sie kann dich niemals finishen. Du müsstest dort legit 5, 6, 7 Sekunden AfK drinstehen, damit sie dich töten kann, oder? Ja. Deswegen, du sagst zu mir, Silphi, ich kriege niemals Priot. Das stimmt, kann schwierig sein als Kassadin. Du sagst zu mir, ja, wenn meine Leute griefen, ist schwierig. Aber deine Leute haben ja auch keinen Midlaner. Du refust. Das ist der Unterschied. Du refust mit dem Gegner zu interagieren, ihn irgendwie unter ein bisschen Stress zu setzen. Die Syndra bekommt gerade for free 10 CS die Minute, währenddessen du es hättest auf 9 runterdrücken können. Ja, true, true, true. Ja, darum geht es mir. Du kannst ja immer, also das ist eine Sache, die viele nicht verstehen, okay? Du kannst scalen, wie du, hast du dir schon mal Proplay angesehen? Safe, oder? Ich schaue eigentlich ziemlich viel Proplay. Also ich bin jetzt zwar kein Nerd, so der irgendwie weiß, welcher Spieler in welchem Team ist, aber ich schaue mir eigentlich sehr viel Proplay sogar an. Okay, hast du schon mal gesehen, dass Faker sagt, ey, ich picke Azir, Corki, Viktor, Uri und ich farm einfach Afghana Midlane? Nein. Die spielen ja auch über Minion Waves, über Prio, Tempo, Rotation und so weiter und so fort, oder? Mhm. Das heißt, er scalt, aber kann trotzdem auf eine gewisse Art und Weise Pressure auf die Map bringen. Du bist vor deinem ersten Record, bevor sie Lost Chapter hat, bist du mehr oder weniger Gott in ihren Augen. Du bist unkillable. Du kommst durch die hohe Menge an Sustain, die du hast, nicht durch. Warum spielen wir das nicht aus? Ja, ne, 100 Prozent, also da gebe ich dir recht. Das ist ein Fehler, den ich mache. Ja. Das hätte ich noch mehr ausnutzen können, das stimmt. Zum Beispiel jetzt steppst du einfach nach hinten. So, wo ist hier Damage? Hast du dich gerade zwei Spells von dir kassiert? Vielleicht bin ich gerade dumm. Vielleicht bin ich dumm und hab mich verguckt. Wir machen das nochmal langsam, okay? Ja, ne, hast schon recht, hast schon recht. Aber so spiele ich halt so. Ich, 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 Bruder, das ist halt, ich weiß nicht. Daran muss ich anscheinend arbeiten, da gebe ich dir recht. Ich will dir mal ein Zitat machen, okay? Aber so ist halt mein Spielziel gewesen bis jetzt, weißt du? Ich habe halt ziemlich, wie bitte? Also, das ist okay, was du sagst, dass das dein Playstyle ist. Aber erstens, ich habe das Gefühl, du wehrst dich sehr dagegen, neue Sachen zu machen. So kommt es zumindest rüber, ne? Und zweitens... Nein, 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 ich möchte lernen. Also deswegen, ich gebe dir recht, ich hätte sie viel mehr punishen können und ihr Mana aus den Taschen ziehen können. So, und der zweite Punkt ist, das hat mir jetzt der Casting-Typ geschrieben. Ding ist halt, sein Playstyle ist super, wenn er D1 Low Master bleiben will. Und ich agree mit ihm. Ich agree mit ihm. Von dem, was ich jetzt bei dir gesehen habe... Ja, wollen wir beide nicht, ne? Von dem, was ich jetzt bei dir gesehen habe, ist dein Playstyle. Ich hoffe, mein Gegner ist bad und meine Mates sind gut, sodass ich an meinen Scaling rankommen und alles töten kann. Nein, so denke ich auch nicht tatsächlich. Ich kann dir ja nur sagen, wie es rüberkommt. Ich erwarte nur in den ersten 5 Minuten, dass es irgendwie... Dass zum Beispiel, wie bei mir jetzt der Fall war, dass mein AD Carry in den ersten 10 Minuten 6-0 steht. Weißt du, ich erwarte einfach nur... Oder ich wünsche mir einfach, dass mein Team checkt, ey, ich habe nicht so krass Pryo als Kassadin wie die anderen Midlaner. Natürlich, wie gesagt, die sind aber jetzt total bad. Die wollen wir jetzt eigentlich nicht als Beispiel nehmen. Aber sagen wir mal, dass irgendwie ein Talon oder ein Jace oder so... Bro, ich kann nicht... Oder eine Irelia oder was auch immer. Ich kann sie nicht so hart pressern. Es geht nicht. Oder zurückpushen. Das stimmt. Das stimme ich dir zu. Hätten wir die Syndra aber pressern können? 100 Prozent, ja. Okay. Dann heißt es ja... Pass auf, du bist ja jetzt im Kopf drin, ne? Ich bin Kassadin. Ich kriege in jedem Matchup in Anführungszeichen Schwanz. Oder nenne es halt, wie du möchtest, ne? Also ist es in jedem Matchup so. Stimmt ja gar nicht. Es ist in vielen so, aber nicht in allen. Ja, 100 Prozent. Und da möchte ich hin. Ja, wir möchten Fehler, die der Gegner macht, ausnutzen. Wir möchten Stärken, die wir haben, ebenfalls ausnutzen. Und deine Stärke hier soweit ist, du hast in Anführungszeichen unendlich Mana. Sie kann nicht am Anfang... Sie kann doch nicht durch das Doranschild, Second Wind und durch das Fleet durchkommen. Trade ihre Ressourcen aus, sodass sie nicht in der Lage ist, Permaprio zu haben. Ja, 100 Prozent. Da hast du recht. Also wie gesagt, da sehe ich meine Fehler ein. Ich hätte auf jeden Fall... Also ich finde nicht, ich habe großartige Fehler gemacht in diesem Spiel. Ich fand, ihr wart beide scheiße, aber du profitierst davon, dass ihr beide scheiße seid. Ey. Das ist meine Meinung. In dieser Lane ist nicht der Bessere hat gewonnen, sondern der, der weniger schlecht ist, hat gewonnen. Darum geht es doch aber immer um League, oder nicht? Nein, es ist ein riesiger Unterschied. Also es gibt natürlich, dein Gegner kann Scheiße bauen und du kannst es ausnutzen, aber die Frage ist, wirst du, von wem geht das aus? Ich mache mal ein Beispiel, okay? Der Gegner pusht die Wave rein, äh, du pusht rein und du pusht Kacke rein. So, jetzt freeze das dein Gegner. Der dürft die Wave aus und freeze es. Das heißt, du warst zuerst dumm und auf deinen dummen Play hat er einen smarten gemacht. Ja. Okay, so. Von wem ging dieser Play jetzt aus? Von wie? Von wem? Von mir aus. Okay, das heißt, dieser Play klappt nur, weil du dumm gewesen bist, richtig? Ja. Denn wenn du nicht zuerst dumm bist, kann er nicht smart sein. Okay, jetzt haben wir, jetzt gehen wir weiter. Ja, wenn ich keinen dummen Fehler mache, dann kann er auch, also auf eine Aktion folgt ja eine Reaktion. Okay, so, jetzt freeze er das hier. So, du kommst vor, stirbst. Das war jetzt wieder, weil du dumm warst. Du warst jetzt doppelt dumm. Ja. So, was, was du jetzt... Kann er nicht doppelt dumm sein? Ja, geht auch. So, jetzt pass auf, jetzt macht dieser Spieler folgendes. Er hat Wave 1, hat einen Freeze. Jetzt slow pusht er das langsam, weil die Wave bricht. Mhm. Jetzt sagt er, hm, meine, jetzt ist hier Wave 3. Er hard pusht das, damit er jetzt roam gehen kann. Mhm. Zur Top-Lane. Egal, ob der jetzt auf der Top-Lane etwas bekommt oder nicht, war das smart von ihm. Warum? Du bist eh beschäftigt unter deinem Tower, right? Ja. Er kann doch jetzt unpunished für ein Play oben nachgucken, right? 100 Prozent, ja. Dann ist das ein smarter Play von ihm. Wenn der Yasu versucht, dich zu diven und er frisst dabei drei Tower-Shots nebenbei, dann war das dumm vom Kasadin. Wie? Wenn du weißt... Äh, nee, dann war das dumm vom Yasu, tut mir leid. Ach so, ja, okay. So, wenn du weißt, hey, du bist der Garen, ja, wenn du weißt, ich kann jetzt in einen blöden Trade reingehen, wenn ich danach chille und mich hochhele und ich kann dann mal Gegner umbringen, war es wieder schlau vom Garen. 100 Prozent, ja. Das ist ein riesiger Unterschied, ob der Play geklappt hat, weil du besser bist oder weil er hauptsächlich nur funktioniert, weil dein Gegner scheiße ist, ja? Hier zum Beispiel, warte mal, ich weiß gar nicht, warum du hier mit deinen Spells am Farmen bist, du kannst einfach absteppen. Und wenn sie frech wird, gibst du eh die Kuh ins Gesicht. Ja, ich wollte halt den Minion Last hitten. Du wolltest den Last hitten, weil du hinten stehen bleiben wolltest. Das ist der Unterschied. Pass auf, ich glaube, das checkst du gar nicht, wie viel Druck du eigentlich hast. Oder wie viel Druck du auch noch kannst. Ich weiß, nee, im Nachhinein jetzt, wenn ich das sehe, gebe ich dir 100 Prozent recht. Weißt du, nur in dem Moment halt, ich habe mit dir geredet und ich war halt nicht 100 Prozent konzentriert bei der Sache. Aber ich gebe dir recht jetzt, wo ich es im Nachhinein sehe, hast du 100 Prozent recht. Und darauf muss ich so auch mehr achten eigentlich. Jetzt hast du einen Slowpush in ihre Richtung hin, willst du haben, dass sie die Wave ausdünnt? Nee, eigentlich nicht. Hast du gerade gesehen, was die Syndra gemacht hat? Ich gehe mal kurz zurück, okay? Schau mal auf die Syndra. Warte, 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 warte. Jetzt gehst du kurz weg. Dann kommst du gleich wieder. Warte. Warum farmt sie denn mit einem Spell? Das kostet sie doch Ressourcen. Ja. War das gut von ihr oder war es dumm von ihr? Eigentlich ist das dumm von ihr. Warum? Weil ich sowieso nichts machen kann in dem Moment und sie kann es auch einfach last. Aha. Guck mal, du hast etwas Dummes gemacht. Du stehst hinten, warum auch immer. Sie hat etwas viel Dümmeres gemacht. Sie farmt mit ihrem Spell, das braucht sie gar nicht. Ja. Das heißt, wenn du weiter vorne stehst, oder von mir aus hier, muss sie doch dieses Minion mit Kuh farmen, richtig? Mhm. Das kostet sie eine Ressource. Jetzt gibt sie die Ressource aus, ohne dass sie es braucht. Ja, also du willst sagen, im Bestfall, oder wenn das, sag ich mal, nicht so eine dumme Dings ist, ich sollte mit Absicht vorsteppen, dass sie ihre Ressource benutzen muss. Du stellst dich einfach hier hin. Da musst du das Minion mit Kuh farmen. Du stellst dich hier einfach an die Seite. Jedes Minion, das sie mit Kuh farmt, ist ein Sieg für dich. Okay, okay, okay. Ich will ihr die Ressourcen, du kannst sie nicht umbringen und pressern. Das funktioniert nicht vor 6. Maybe mit einem Gank. Ja, aber dann brauchst du ja auch keinen Flash und ihre Ehe muss auf Coulon sein. So, die darf... Bro, ich bin halt zu paranoid vor Level 6 als Kasadin, weil ich habe zu oft schon die Erfahrung gemacht, vor Level 6, ich spiele ein bisschen aggressiver, der Gegner-Jungler gankt mich, ich muss flashen und dann gankt er mich direkt nochmal, bevor ich Level 6 bin und dann bist du tot als Kasadin und dann hast du komplett die Lane verloren. Weißt du, deswegen habe ich es mir einfach selber beigebracht, ich spiele so safe wie möglich, dass ich niemals gegankt werden kann, damit ich vor Level 6 vor allem nicht meinen Flash burnen muss. Damit ich einfach in Ruhe auf Level 6 komme und ab Level 6 geht das Spiel dann für mich los. Was ist es denn, wenn du einfach lernst, vernünftig mal dann die Sachen zu managen? Was ist es denn, wenn du Jungle Tracking lernst? Ja, das ist eine andere Sache. So, dass du weißt, dass der Echo-Bot angefangen hat, hoch geht und dann stellt er dich nach rechts hin, weil er kann dich nicht von hier aus ganken. Das müsste ich lernen, Jungle Tracking habe ich absolut nicht im Schirm, also da bin ich komplett lost. Schau mal, da ist es wieder. Du hast irgendwo verkackt und anstatt zu sagen, ich setze mich damit auseinander, damit es nicht passiert, hoffe ich, dass mein Gegner scheiße ist, ich verbunkere mich einfach und fertig. Ja, bis Level 6. Das sind die ersten 6 Minuten, wo ich bitte dich. Das sind die wichtigsten 6 Minuten für dich. Das ist doch der Unterschied, schon von dem, was du sagst. Du sagst, Sylvie, wenn meine Mates early nicht innen, kann ich etwas machen. Jetzt kriegt der Enemy-Mitlaner Free Prio, jetzt kriegt der Enemy-Jugner den Mitlaner, der Free Prio hat und kann alles contesten. Du tust nichts anderes, als deine Probleme auf deine Mates abzuwälzen und darauf zu hoffen, dass die nicht griefen. Du tust nichts anderes. Der Echo ist schon gut zusammengefasst, doch, da gebe ich dir recht. Genauso, wo wir über Items geredet haben. Du schwörst auf Everfrost. Ey, ich habe kein Problem mit Everfrost, kann das völlig okay sein. Ja. Aber jedes Game, am besten nichts Neues probieren, am besten das nehmen, was eh immer geklappt hat, ja. Aber es gar keine Erfahrung sammeln und dann Elo haben wollen. Existiert nicht, Bruder. Okay, okay, okay. So. Lass uns das jetzt mal angucken. Was tut deine Wave gerade? Slow Push oder die Push. Okay. Okay, angenommen, wir wissen, dass der Echo unten ist. Was könntest du jetzt probieren? Äh, traden? Oder hart reinpushen? Oder wie meinst du? Oder, äh, ich verstehe es nicht. Traden? Guck mal, ich mache ein Beispiel. Wir sagen, Echo hat oben angefangen und er geht nach unten. Du hast einen Slow Push in diese Richtung hin. Und ich schwörst dir, wenn du Q magst, ich fick dich. Wieso max man nicht Q? Also, ich weiß, die meisten maxen eh. Okay, aber, Brol, meistens kann man als Kasadin nur mit der Q farmen, weil man sonst zu hart gepanischt wird. Und E-Cooldown ist zu lang. Bruder, ich schlitz mir gleich die Kehle auf. Bro, E-Cooldown hat, E hat 25 Sekunden Cooldown oder so auf Level 1. Bitte, du bist die ganze Zeit full life, null unter Pressure und du sagst, du willst mit Q farmen? Ich schlitz mir die Kehle auf, bitte. Bro, es, Digga, ich habe so oft schon E-E gemaxzt und ich kann, man kann nicht farmen. Dieser Cooldown ist zu lang. Okay. Aber, okay, schau mal, also in einigen Matchups max ich sogar eh. Zum Beispiel, wenn ich gegen Yasuo, Yon oder gegen so, wenn ich gegen AD Champs spiele, max ich meine eh. Aber macht es nicht mehr Sinn, gegen Mages Q zu maxen? Weil der Magic Shield auch besser ist. Also, erstens, du hast eine wichtige Sache gesagt, in einigen Matchups. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du immer für E-Max gehen sollst. Aber E-Max ist in der Regel um einiges geiler. Warum? Ja. Mal gucken, welchen Vorteil du von deiner Kuh hast. Okay? Schauen wir uns das nochmal an. Wie viel Damage kriegst du für einen Punkt in Q? Wie meinst du das? Da steht da dran. Wie viel Damage macht deine Kuh mehr? Achso, 30. Okay. Wie viel Schild gibt dir deine Kuh mehr? Äh, auch 30. Okay. Wie viel, äh, um wie viel geht da Kuhlern runter? 0,5. Mhm. Okay. Pokest du sie aktiv mit deiner Kuh? Nee, nicht wirklich. Okay. Ich versuch's halt für meinen Farben. Das ist, nur Ja oder Nein fragen, okay? Du redest mir wieder zu viel. Okay. Okay. Pokest du sie aktiv auf Kuhlern mit deiner Kuh? Nein. Nein. Okay. Das heißt, diese 30 Damage, die du ihr mehr machst, sind hier irrelevant, oder? Mhm. Okay. Bist du gerade unter Pressure? Nein. Aber du bist ja die ganze Zeit full life, oder? Ja. Interessiert mich dann das 30 Schild mehr? Nicht wirklich. Okay. Nutzt du deine Kuh auf Kuhlern, sodass die 0,5 Sekunden Kuhlern relevant sind für dich? Sorry, ich war die Frage. Nutzt du deine Kuh auf sie auf Kuhlern, sodass die 0,5 Sekunden weniger Kuhlern relevant sind? Nein, nicht wirklich. Warum machst du wieder eine Kuh? Ja, einfach für den Fall der Fälle. Wenn, ich, 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 einfach für den Fall der Fälle. Wenn ich sie Level 6 fighten will, weil das mach ich ja in der Regel auch, dass ich dann bei Level 6, ne, eine stärkere Kuh habe und stärkere Magic Shield und sie dann besser outtraden kann. Brauchst du denn auf 6 das Magic Shield? Ja, weil, ne, vielleicht ultit sie mich ja und dann kann ich das Ganze damit blocken. Bruder, wie oft hast du Kasselin gegen Syndra gespielt? Ziemlich oft. Und die one-shottet dich einfach so? Nein, aber ich gewinne halt den Trait dadurch. Aber, okay, 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 Moment. Wir gehen, Leute, wir merken uns 3,30 oder so. Warte mal. War das hier? Okay, du kommst auf die Lane, du hättest 6. Moment. Jetzt hättest du gleich 6 und dann gehst du auch direkt auf sie drauf, wenn ich mir nicht irre. Ich glaube ja, ja. Okay. Hast du den Papierdamage gesehen, den dir in der Kuh gerade gemacht hat? Ja. Pass auf. Das ist ja, das ist ja ein Fall einfach, sie hat einfach kein Mana mehr auf. Das stimmt, das stimmt. Wir können auch mal später wieder zurückgehen. Auf einen Moment, wo sie Mana hat. Warte, hier wurde es gerade nochmal getradet. War das hier? Nee, da wurde er gegangt. Aber warte, sie hat die Safe Damage gemacht. Ähm. Ciao. Oh mein Gott, Digga, ich bin einfach 5-Head. Die haben sogar Mage, also AP, Jungle und Midlane. Das heißt, meine Crewmax hat noch mehr Value. Alter, ich hab das Gefühl, ich geh mit meiner Mutter einfach. Weißt du, ich diskutier mit ihr und ich hab mal recht. Und dann sagt sie, sei nicht so respektlos. So, warte mal. Und chain mir. Zum Beispiel hier, Junge. Ich lasse die Wave da einfach in die Tower reingehen. Das ist dumm, oder was? War der Chain mir recht? Er will das Ganze tanken, oder wie? Hä? Pitzel, Pitzel, hör auf. Normal sollst du das tanken. Du killst die Meleys und tankst das. Ja. Hast du Kill-Press auf Syndra? Ja, 100%. Okay, jetzt sagen wir, die Wave ist hier. Kann Syndra upsteppen? Äh, nee. Oh, das ist aber interessant. Ja, okay, du hast recht. Das ist ein bisschen schwer, wenn man mit dann, also wenn ich, weißt du, gleichzeitig mit die Rede und so. Aber nee, du hast recht. Du hast recht. Ich hätte die Wave freezen sollen. Da habe ich nicht recht. Also, ich weiß nicht. Hat sie dir jetzt wirklich Damage gemacht? Nee, weil ich Q gemaxed habe. Okay, okay, okay. Angenommen, sie hätte dir jetzt bis hierhin Damage gemacht. Hättest du den Trade trotzdem gewonnen? Ja. Dann ist es mir doch scheißegal. Dann ist es mir doch absolut scheißegal. Dann weißt du, welchen Vorteil die die eh bringt. Aber dann hätte ich jetzt nicht 10 CS Lead auf ihr. Die hat dich nicht einmal gepressured. Aber weil sie schlecht war. Hättest du mir gespielt? Okay, Moment. Du sagst, sie ist schlecht, Mann. Okay. Was ist, wenn ich zu dir sage, hey, wir spielen gegen Syndra. Grundsätzlich willst du gerne Q maxen gegen Syndra, weil du gepressured wirst. Ist ja auch völlig okay. Und dann sagst du, hm, okay. Diese Syndra ist vielleicht schlecht. Lass mal drei Punkte Q machen. Oh, warte mal. Die ist so schlecht. Die fässt mich nicht mal an. Ich brauche Q gar nicht zu maxen. Du bist hier... Echt? Würdest du sagen, man kann so zwischendurch einfach was anderes maxen? Drei Punkte Q dann eh ist durchaus eine Weibelstrategie. Okay. Weil, soweit ich immer gehört habe, so irgendwie von anderen High-Elo-Spielern, die haben irgendwie mal gesagt, so wenn du dich schon für eins quasi entscheidest, dann ziehst du das auch durch oder so. Naja. Aber wir können mal Dinge jetzt machen, okay. Warte. Lola Lütix. Lola Lütix. Können wir mal nachgucken. Natürlich, also E-Max ist eher der Standard. Ich nehme mal den letzten Patch, weil dieser... Also an Kassi wurde ja nichts geändert. Wo ist das? Äh, Level 6. Q-W-E-E-E. Das wird fast immer genommen. Also am häufigsten. Q-W-E-E-E. Zweimal Q. Gibt's auch. Okay. Ja. Ähm. Das... Das ist ja das, was ich meine. Du bist einfach mega festgefahren. Du hast... Du bist so... So wie diese Low-Elos. Die haben sich mal... Ich hatte einen Typen, der hat Shen mit Lethal Tempo gespielt im Coaching. Weißt du, warum? Der hat ein Video von Petu gesehen. Ist doch ein Challenger-Shen-Spieler. Er hat ein Video gemacht, das hieß Lethal-Shenpo, hat er das genannt. das hat er irgendwo mal gesehen und hat das dann auf ernst gespielt ich habe da habe ich dir was sagen ich habe tatsächlich kein einzigen ich habe nur damals ich habe damals diesen zehn mir ein kassadin video angeschaut bevor ich den überhaupt mal gespielt habe und das war es auch aber sonst habe ich nie irgendwie kassadin auf die und die art und weise gespielt oder das und das item gebildet weil ich das bei irgendwem gesehen habe sondern ich habe wirklich alles aus eigener erfahrung mir so beigebracht sag ich mal auch der erste so wie gesagt ist von dem ich mir so im coaching auch ist ja ist ja völlig okay aber vielleicht fällt dir das selbst auch auf bei dem was du sagst es ist du denkst an absolute immer ich höre sehr oft immer das will ich gar nicht haben wir als league spieler gerade wenn wir höher in der elo sind muss ja flexibler sein sowie auch bei der boots wahl zum beispiel dass er gesagt oh guck mal die gegner haben viel cc ich kaufe mir merks an die doch nicht bin magic band boots gegangen warum weil du wahrscheinlich sehr oft darauf neigst magic mann boots einfach zu kaufen ja und die haben halt auch shen gehabt und thrash die hatten halt sehr viel cc so ne ne ich bin nicht bin magic band gegangen weil die halt auch tank top lane haben und tank support dann ist doch magic band technisch gesehen scheiße ist das so flat penetration wird beschissener je mehr magiere sie sich den gegner kauft ehrlich ja das muss ich tatsächlich nicht bin immer lethality okay angenommen dein gegner hat 100 armor und du entfernst ihm 20 armor wie viel penetration hast du prozentual 80 20 genau 20 prozent jetzt sagen wir dein gegner hat aber 200 armor und du hast 20 flatt penetration wie viel entfernst du ja okay immer noch 20 nein so wie das 10 prozent das sind 20 20 prozent jas achso okay das sind dann 10 prozent das heißt der wert deiner penetration sinkt also ja ich verstehe ich verstehe ja genau so war mal kurz 3 30 irgendwo waren wir haben gleich noch ein game oder ist es nur das game oder ich bin mit dir so viel am reden wir haben kein zweites game ich komm schon ich wollte ich hatte gehofft dass ich mal so ein anstrengendes spiel bekommen weil das war ja komplett aber du dennoch hast du heftigst reingeschissen du hast absolut terrible ich verstehe nicht wie es terrible war wenn ich cs und level lied und alles hatte weil okay pass auf ich hatte mal einen typen hier bei mir im coaching der hat ein pentakill gemacht mit artbox der das game mit 10 0 verlassen der war absolut scheiße weißt du warum er hat nichts gemacht im ganzen spiel und hat einmal in einem fight abkassiert warum soll ich ihn dafür loben hier ist ein beispiel was du verstehst stell dir vor ich lass dich eine mathe prüfung machen okay von einem sechsklässler ich schreibe das doch mal mit auf dann macht das vielleicht mehr sinn für dich okay mathe prüfung von der sechsten klasse der sechsklässler hat 80 prozent richtig du hast 80 prozent richtig werde ich den sechsklässler loben ich denke schon ja werde ich dich loben nein warum nicht ja weil ich kein sechsklässler bin okay ich erwarte von dem mindestens 99 prozent bleibt kann ich durchaus erwarten warum ich ja ich erwarte grundsätzlich mehr von dir als das wo du gerade bist du hattest keine ahnung von trading pattern von pressuren von map awareness von irgendetwas wenn du mich fragst was hast du in dem game gut gemacht würde ich nichts sagen warum erstens du warst null unter druck durch deinen gegner die sindra hat man die animal crossing gespielt zweitens hast du selbst mit dem lied den du hattest nicht wirklich etwas gemacht gutes beispiel war auch als auf der sideline warst du hast du hast du hättest ping pong einfach gespielt hast du sogar auch für eine wave dann habe ich ja gemerkt okay die die wird nicht absteppen die wird am tower bleiben dann bin ich ja weg in welcher elo sind wir hier dass du mit mir zu mir sagen kannst für eine wave denn in der mitte hast du für keine waves irgendetwas gemacht wenn du silber wärst oder gold hätte ich gesagt super super aber von dir erwarte ich mehr und du sollst von dir selbst auch mehr erwarten da ist es nicht es war nur für eine wave es kann games geben da hast du eine wave zu spät gepusht und wirst gepunischt und bist tot du bist einfach langsam in einem edo bereich ja wo du kein baby mehr bist wo deine anforderungen auch an dich höher sein sollten zum beispiel auch dass du sagst ich habe doran schild second wind wenn ich ein bisschen leben verliere das stört mich gar nicht mein gegner ist ja passiv vielleicht brauche ich kuh gar nicht zu maxen also oder drei punkte rein zu gehen du hast ja durchaus max verstehst du ja ich verstehe ich verstehe also wenn ich jemanden lobe dann hat das auch immer einen hohen wert ich lobe nicht oft bei mir gibt es ja keine keine teilnehmerurkunde war da waren wir noch mal ah genau worauf ich hinaus wollte das war auch das ursprüngliche beispiel wenn der ecke oben ist und sich runterperst und dein jungler ist auch unten du hast den slow push in die richtung hin kannst du versuchen mit dem push mitzugehen ich du kannst locker sagen ich verliere 30 prozent hp kriege dafür prio und entweder konteste ich die krabbe mit meinem mit meinem jungler oder aber was du auch machen kannst ist es du kannst in die base gehen und kannst dann wieder zurück zu lane kommen warum ein recall für dich ist ja nicht garantiert sind rad teleport dabei sie kann immer in die base gehen richtig du hast ignite dabei das bedeutet selbst wenn du jetzt nur in die base gehst und eine träne bekommst for free weil okay was heißt for free du hast 30 prozent des lebens dafür investiert super weil dann ist es für dich gar nicht schlimm wenn sie die base geht auch einen kleinen einkauf macht oder ja hundert prozent deswegen du lässt sich hier einfach vorkommen und das minion umbringen es hätte sein sollen dass du ab selbst einfach hierhin und dass sie dich kuhn muss dadurch stirbt das minion nicht du hast einen größten push in ihre richtung hin und der damit stückte ich eh nicht jetzt sind wir hier chillig aber bei den am last hinten guck mal sie darf einfach wieder ausdünn guck mal jetzt hast du gerade damage von ihr bekommen was juckt mich das bitte mal was interessantes sehen was denn ist dein live rack von elf geht auf 15 hoch war da auf 17 geht er hoch auf 20 oh crazy wie viel wir uns hoch halten oder ja ich weiß ich weiß das war gerade ich glaube aber ihre fast volle combo jetzt hat sie nicht mal man und darf das einfach drücken crazy setzt doch einfach in den tower reingehen halt doch die wave hier ja tru 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 schon wieder da gebe ich dir recht ich hätte also eigentlich ja jetzt ist ich hier hat kaum mana hat die schon gerade davor gar kein damage gemacht frech frech ich weiß was etwas aggressiver spielen können gegen die man kann so nicht kannst du nicht auf dieser wave in dieser wave wäre deine idee eine andere das ding ist sie also sie tut ja das was ich zu dir gesagt habe sie hat wenig mana sie kann ich eh nicht pressern und sie die match das kennen was du jetzt tust ist es du ignorierst sie machst viel damage auf die minions wie möglich dadurch bist du nicht am tower für zehn sekunden am fahren sondern auf einmal nur für fünf sekunden und kann selbst record weil jetzt doof na wir haben es doch push in die richtung hin das hast du bereits so push in die richtung hättest du eh gemacht hat ich gesagt versuch immer weg sie die wave auszupuschen denn hier hier kannst du eh nichts ändern heftiger teil ist der fight verlagert sich nach oben plus sind da ist vor dir da plus so sie ist einfach stärker als du ja so guck mal was machst du mit der wave warum wird die nicht gepusht junge ich weiß nicht ich war da einfach mit dir am reden ich war abgelenkt okay okay pass auf erstens ich finde ich persönlich das ist eine ausrede denn es gibt einfach du last hit ist doch auch automatisch oder ja okay habe ich dürfte ich hier jemals das gefühl von dir bekommen dass du dich mit waves auskennst von dem was du gemacht hast nee nicht wirklich nicht wirklich dann glaube ich dir nicht vielleicht stimmt es was du sagst ich kenne dich ja wirklich na ich kann ja wie gesagt nur das bewerten was ich sehe und auch was ich höre von dir casio zum beispiel kann ich krass pressern ja hundert prozent ja ich auch vorhin als beispiel genommen ich hasse kassi paria so wait swappen die ja stimmt oh mein gott we are doomed nee nee das war das war das war tatsächlich noch also dieser urgott war noch schlechter als die sind oder gerade der hat mich kein einziges mal angefasst okay das war komplett langweilige lane jetzt zum beispiel musst du mit kuf haben wir können nicht absteppen ja so weißt du was du manchmal cooles machen ganz gegen ihn wenn er sein bein hat lass dich von dem ort attacken weißt warum damit die minuten angreifen nein das ist mir scheißegal also das ist natürlich auch cool er trifft doch dann doch ja alles weg richtig ja du investierst ein bisschen leben was du auch eh wieder durch durch den schrittstecken und auch wieder relativ gut zurück hier ist damit er zu dir pusht was ist ein bein das ist das grüne hier ja auch diese diese schutzflintenschüsse da ja wenn du dich jetzt von dem ort attacken lässt wird das bein ausgelöst oder oder hittet die ganzen minions okay dadurch pusht er zu dir kostet sich nur ein bisschen leben der wird aber so oder so pushen wahrscheinlich also ich lass immer in mich rein pushen nein du kannst es dadurch forcen schau dir mal an was der keck macht der wenn er smart ist versucht er jetzt nicht wieder mit seinem anderen bein zu hinten damit er eben nicht in dich rein pushen verstehst was ich meine ja aber es ist schwer nicht in mich rein zu pushen dieser dass ich in die gegner rein pushen weil wie gesagt ich habe schon zu oft das soll die erfahrung gemacht nein ich weiß aber mich mich dazu zu bringen weiß was meine es gibt selten spiele wo der gegner es schafft mich dazu zu bringen dass ich in den rein pushen aber ich rede doch gerade gar nicht darüber also ich will jetzt echt nicht böse sein ich glaube du hörst mir jetzt zu ich war nicht verstanden okay ich wollte haben dass du das ich wollte haben dass du gegen den urgott ab steppst also ich gebe mir gar wirklich mühe deswegen fragt mich das halt auch mega ab so pass auf wo ist das oder hat mir die stelle schon doch muss davor gewesen sein also du merkst ja selbst du kannst nicht ganz gegen absteppen korrekt ja ist ja auch eklige lane keine frage was ist wenn ich zu der sage der urgott braucht entweder 15 sekunden um die wave in dich rein zu pushen oder zehn sekunden wie lange willst du gesund sein 15 sekunden oder zehn sekunden zehn sekunden okay so was du tun kannst ist es du betest einen ort tag auf dich drauf das bedeutet warte mal dass später wenn sein bein wieder da ist eine gute gelingenheit so dass wir farmst du erst mal so du weißt ja wie urgott passiv funktioniert richtig ich sag's ehrlich nicht wirklich okay dann sich ich hab noch nie urgott gespielt ich weiß zwar also natürlich bin ich nicht dumm ich weiß so wie seine abilities und so sind aber jetzt auch nicht wirklich wie seine passive im detail funktioniert okay siehst du diese lichter um ihn herum ja so wenn er jetzt hier wenn er dich jetzt angreift und du schießt irgendwo hier in diesem bereich dann wird dieses bein ausgelöst was dieses bein macht ist es es macht quasi aoe damage okay das heißt du willst dich quasi in die richtung des beins hinstellen wo auch minions sind damit er dich ort zeigt damit er die wave schnell nicht ein pusht verstehst du ja ja dadurch bist du nicht mehr so lange gesund und du verlierst zwar ein bisschen leben aber doch du hast du hast second wind das interessiert dich nicht ja das macht sinn so manchmal ein bisschen der mensch zu fressen wenn du gehen wenn du gegen gegen sind das spiel zum beispiel und wir sagen dass ich schnell nicht rein pusht stelle ich einfach die mini ich weiß das mache ich sogar also tatsächlich wenn ich wenn ich will dass der gegner nämlich rein pusht dann lasse ich mich mit absicht von seiner billet sich treffen warum wird sie nicht getan so sind ich weiß nicht ich habe noch nie gegen ein urgott match up gespielt ich wollte jetzt nicht wirklich dass ich von seinen abilities getroffen werde werde ich zu sein was ist denn sein wichtigster spell der 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 knock up da sein grab solltest du die ranger kennen weil gegen augen hast du schon mal gespielt ja natürlich wenn du zu mir sagst silvie ich kann nicht einschätzen wie viel schaden er mir macht oder für schaden ich mache es ist okay das glaube ich dir dann auch aber du kannst nicht zu mir sagen ey ich kenne sein 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 seine spells nicht deswegen den grab zu müssen sollte man kennen ja natürlich schau mal der der keck ist einfach hier hat der hat der oh gott dorans schild dabei okay mettert jeder der mensch den du ihm machst wie wenn ihm schaden machst interessiert ihn das nicht wirklich dafür leistet warum das bisschen lifestyle vom dorans bett oder was ich denke schon warum kaufst du dich aber und als erstes seite weil es einfach nicht effektiv ist warum ist es nicht effektiv also aber dann jetzt spezifisch weil ich halt sowieso keine ap habe und es macht einfach keinen sinn okay warum sollte mich dann die 2,5 prozent oben die wir vom dorans blade interessieren er hat doch er macht doch so oder so nicht wirklich viel damage oder wenn wenn er mit einem ort attack 100 damage macht er sich um 2,5 hoch jetzt gucke ich mir das mal an der hat ja noch nicht mal 100 ad wie kann er sich gar nicht hochheelen und wenn er dauerhaft ort attack um sich hoch zu hielen pusht er doch in dich rein und kann dich nicht sohn oder ja aha das heißt jeder damage dem du machst interessiert ihn sogar hätte dorans schild dabei gehabt hätten wir dasselbe problem weil er hielt sich dann auch immer wieder konstant gegen korrekt ja das heißt ihm ein bisschen damage zu schnallen ist sogar nicht mal bad ich glaube das mache ich sogar später wenn ich mich täusche jetzt gerade weiß ich nicht aber ich also ich habe halt wie gesagt einfach die erfahrung gemacht als kassadin möchte ich nicht im early game behind fallen deswegen spiele ich halt übel safe ich farm einfach mit meiner queue oder ich schaue halt kann ich jetzt absteppen um einen lastet zu geben oder nicht ich halte dich damals am scalen auf nee nicht am es geht nicht mal ums game sondern ich halte dich daran halte ich dich niemals auf habe ich zu dir gesagt mach ugabuga auf dein gegner und fick ihn komplett weg nee aber ich weiß nicht mir kommt also vor dass du mich dafür also du verstehst du nicht pass auf es gibt drei states wie du spielen kannst okay es gibt defensiv das ist deiner das ist schwanz lutschen einfach nur chillen das war's bis level 6 mensch kommt schon so pussyhaft spiele ich jetzt auch nicht weißt du also du hast ja gesehen du kannst level 6 bin ich doch komplett hart in diesen drei oder nicht froh sein dass ich mit dir nicht über level 6 gesprochen habe da hast du tausend mal mehr fehler gemacht ach du scheiße okay das ist crazy wie justest du warst da pass auf also es gibt die defensiv na afk chillen sag ich mal dann gibt es reaktiv das heißt du kannst immer noch chillen und dennoch panischen für mistakes und dann gibt es proaktiv das ist ziel setzen vorbereiten ausführen oder aber wie ich das auch nenne besser gesagt das ist einfach reaktiv das ist proaktiv reaktiv und das ist nur proaktiv der unterschied hier ist reaktiv bedeutet der gegner macht etwas bemerkst ist nach paar sekunden du reagierst drauf proaktiv reaktiv ist der gegner macht etwas du merkst ist sofort und reagierst drauf gutes beispiel ist dein also reaktiv ist der enemy mit laner move bot du chillst ein paar sekunden sagst oh shit der spot gegangen ich pushe rein und gehe hoch du hast zeit gebraucht proaktiv reaktiv ist oben geht es vorgegangen ich kann das nicht contesten ich pushe direkt rein um direkt hoch zu gehen da ist der unterschied brauchst drei vier fünf sekunden zeit um nachzudenken oder nicht das dritte ist ich möchte rum gehen ich pushe direkt diese wave weil du weißt du willst rum gehen oder wird zu hell hingehen dein jungler ist topside ja du pusht direkt rein gehst hoch und je höher du oder je lower du in der elo bist desto mehr machst du diese beiden sachen gehör du in der elo bist desto mehr machst du diesen beiden sachen okay so und du bist null proaktiv null bin ich also ich sag's hier bin ich nur vor level 6 nicht ist meine meine selbst bei deinem level 6 du hattest so viel power was hast du damit gemacht aber das ist dazu dass wir zum anderen kommen das ist was völlig neues ja weil wir haben uns sehr viel mit lane beschäftigt und davor hast du die ganze zeit gesagt das war jetzt nur weil du mit mir geredet hast deswegen schaue ich mir jetzt ein game an wo ich nicht mit dabei war einfach um zu gucken was du machst ja jetzt weiß ich aber gar nicht mehr wie wir noch mal darauf hingekommen sind hier zum beispiel ist ein guter moment da willst du von ihm angegriffen werden gerade wenn er kacke ist mit seinen beinen denn jetzt zum beispiel pushe das von alleine rein ich weiß nicht ob er jetzt irgendeinen plan hat aber hier magst du auch das kannst du nicht nicht ums magic schild gehen ja guck mal zu mir sagst du im ganzen replay davor eigentlich mache ich sowas ich weiß doch du hast recht ich müsste mehr friesen das stimmt auf jeden fall hier ist jetzt ein ein moment wo du smart sein kannst und egal was du machst du bist smart okay du stellst dich hierhin dieses minion stirbt du willst das friesen jetzt hat der ogre zur option weil du hast immer den smarten play entweder ich glaube er geht erst weg zum worten er geht weg zum worten und du hältst den freeze das ist wenn er dumm ist oder aber du siehst er geht dahin und er kommt wieder zurück damit du dich friesen kannst das wäre von ihm schlau kostet dich diese aktion etwas etwas leben du willst vielleicht von jedem mini einmal gott ist aber nicht will der mensch also es kostet sich eigentlich nichts richtig okay wäre es dann smart versuchen zu friesen ja hundertprozent ich werde nicht da mit dir da geht also ich werde dir nicht gegen argumente bringen warum ich da nicht friesen sollte du hast hundertprozent recht ich hätte auf jeden fall fließen sollen aber das ist also darum geht es mir dieser play ist abhängig davon ob dein gegner dumm ist aber egal ob er schlau oder dumm ist du hast immer das richtige getan und das macht ja guten spiel aus dass du immer das richtige tust unabhängig davon wie bad dein gegner ist ja guck mal ich habe reingepusht der bre super hatte ich das was mein leben gekostet ja ein bisschen bisschen leben wir können aber wir können aber kurz genau nachgucken so schau mal du bist auf wann cool er dich 950 leben du hast 70 leben verloren 45 stört mich nicht digger schau dir mal dein leben an das doranschild second smurf einfach komplett durch zack du hast schon fast alles wieder dafür hat er jetzt seine ganze wave gefickt ja ich weiß du hast recht du hast recht du hast recht ich sehe jetzt ich sehe jetzt was du mein krass digger wie bad alle deine gegner sind oh ich habe die runde habe ich die runde gewonnen ich glaube ich habe die runde trotzdem verloren ich weil wir hatten du musst dir bitte danach am ende das letzte play von meiner quinn anschauen da habe ich meinen da habe ich mein verstand verloren ich wollte vom fenster ich voll ihr mein verstand der letzte play ja ja schau jetzt schau jetzt was was passiert jetzt bitte was passiert was meine quinn macht schau mal die gegner bänden einfach die pushen unser in unsere bläden schau was meine quinn macht die fahrt einfach bot lane also die hat sogar viel früher schon angefangen kann sogar weiter zurückspielen die gegner kommen dahin schau mal sie geht einfach bot lane farmen die läuft gerade vor der kassio weg aber ich schau jetzt schau sie waren nicht schon weiter schau sie fahren einfach bot lane warum gehst du dann rein weil er hat mir da nicht eingekillt nee weil der kassadin halt alleine der dragen halt so weit vorne stand wait ich dachte du machst jetzt so one shot combo der war der hat 23 kills bruder wie soll ich ihn one shotten ich habe es halt probiert und wir kennen den jetzt auch schau schau weiter aber hat er sich ein tank item geholt ja hextrinker stimmt schuh hat er tatsächlich und wir kennen den ja auch wäre quinn im fight gewesen würde sie mich einfach random okay bot lane wavefarmen wir kennen die jetzt sogar fast alle schau mal ja ich sage ja nichts dagegen aber das ist so ein spruch der ich von solo-queue-idioten höre ich mach mal ein beispiel okay es gibt eine sache die hat mir mein vater beigebracht egal was deine mutter sagt ob es dumm ist oder nicht sag immer es tut mir leid warum recht haben und recht bekommen ist ein unterschied hier ist ein beispiel ihr habt ihr geht ja geacet und dein team hat innen kaputt gemacht okay jetzt pinkst du zum nash alle rufen richtung nashen jetzt sagt irgendeiner aller leute drach ist ab jetzt rufen alle zum drachen nennen was ist besser zu machen free drache der nicht solis oder nash natürlich nash okay es geht dein team aber zum drachen denn was willst du machen nash solo achso nein nein natürlich nicht ich dachte du hast jetzt so gefragt weißt du nein deine antwort ist richtig denn nash ist besser als der drache okay das heißt obwohl du recht hast bekommst du nicht recht oder ja 100 prozent und gehst du nach griffen bro ich sag dir ehrlich ich habe auch gar nicht gesehen dass der typ hextring card oder malmortius es war ein verzweiflungsplay von dir wahrscheinlich ja ja wahrscheinlich also ich will dir nichts anhängen aber es geht mir nur um das ding an sich die queen kann scheiße sein du kannst aber eine noch beschissenere entscheidung treffen ja 100 prozent ich hätte da nicht reingehen sollen weil ich habe auch erst nach ich dachte die recall ist ich keine ahnung was mir dabei dachte ich bläme dich nicht dafür ja es geht bei einem coachen geht es nicht darum dass du dass ich die sage in dieser situation machst du das und das es geht ja darum dass du konzepte lernst dass du wunderbar ich bin auch hier mal vor meinen fehler zu lernen deswegen also es vielleicht mal einige haben schon in den chat geschrieben ich habe es auch gelesen die meinen sie haben der geht hier mit irgendwie der der wird hier raus und hat nichts verstanden ich habe schon einiges verstanden nur ich versuche halt meinen gedankengang die noch zu erklären weiß was ich meine ich habe ja noch die hoffnung dass ich irgendwie doch nicht so schlecht bin wie ich denke und dass du mir vielleicht doch recht gibt es aber wenn du damit gesagt nein das was du sagst ist falsch dann verstehe ich das auch im nachhinein also also deins ist richtig wenn wir auf basic niveau denken aber das wollen wir nicht tun ja hundertprozentig soll besser werden ich will ich will ja mehr haben als cool ich habe ein gegner getradet sondern es ist ein cool ich habe ein gegner getradet dadurch habe ich bekommen jetzt kann ich vor free resetten ein bounce zu mir haben wie frise gegner umbringen auf dieses level wollen wir hinkommen und ich einfach cool ich habe ein trade gewonnen besser ja ja warte mal kurz schnell woanders mit reingucken so aber wir haben hier einfach so vieles besprochen crazy wir sind ja halt auch viele kleinigkeiten kleinigkeiten eingegangen doch an schilder als dorans mund kombo eigentlich je weniger leben du hast desto mehr wirst du dich heilen keine angst da wollte die fair casting gewinnt einfach leute ich habe zu ihm nicht gesagt er soll gegen go getraden genauso dumm oder was ich habe nie gesagt geh rein und fick deinen gegner crazy fliegt die alle seid selbst aber auch nicht smarter oder was genau so niger die fresse mit dem ich fertig ich dachte wir machen die zusammen fertig ach so okay beim nächsten mal okay okay habe keine angst davor leben zu train denn je lower du bist desto mehr bekommst du auch wieder zurück hier ist hier ist so eine coole sache die man nicht vergessen sollte das ist der kill threshold gerade in low elo wird doranschild second mit unglaublich schlecht genutzt ich habe diesen fisch spieler bei mir der hat das auch sehr schlecht gemacht ja das habe ich sogar gesehen der kill threshold sagt aus wie viel damage die dein gegner in einer kombo macht um nicht zu snacken ja beispiel wenn dein gegner die 40 prozent damage mit einer kombo macht und du 60 prozent hp hast darfst du ihn einmal nicht respektieren sondern erst beim zweiten mal wird es gefährlich weil ich einmal 40 prozent weg hast und 20 zu nehmen und für doranschild und second wind ist das mega wichtig du willst dein health port so hart es geht nach hinten verschieben ja das bedeutet wenn wir dieses beispiel mal wieder nehmen wenn du bei 60 prozent hp oder machte 40 prozent weg wirst du nicht dein pot nehmen du wirst warten bist du bei ich sag mal 45 prozent hp bist ja das mach ich auch in der regel oder wollte ich nur noch mal gesagt haben ich glaube dir das aber nicht weil du hast überhaupt erst angst leben zu traden ja weil ich halt auch angst vor gangs habe das ist halt ich brauche ich habe paranoie vor gangs du weißt es nicht du siehst wie safe ich spiele oder du hast ja gesehen wie safe ich gespielt habe in den beiden games oder amin dein gegner war eher bad aber ja ja aber du hast ja gesehen wie zurückhaltend ich gespielt habe bis level 6 glaubst du mir dass in so vielen games obwohl ich so zurückhaltend spiele ich trotzdem drei mann gegangt werde dass der gegner entweder die gegner supporter rom mitte und ich stehe schon an meinem tower ich pushe ja nicht mal rein also ich will ja ich pushe extra nicht so hart rein oder so das spiel so aggressiv weil ich nicht vom rom in den gegner supporter oder gegen den jungler gepunished werde glaubst du mir dass ich trotzdem so oft gegangt werde und mir dann denke zum glück habe ich nicht gepusht in dem und dem oder habe nicht so aggressiv gespielt und mein leben getradet in dem moment weil ich mir einfach dachte sonst wäre ich tot ich wäre gedeift worden weißt du was teker damals richtig bekannt gemacht hat was das sein set play nein also faker hat die ganze zeit aggressiv gespielt oder faker war der erste spieler der aktiv das konzept vom seitenhabern verstanden hat aber dein jungler ist da da hast du hin oder wie oder wo der gegnerische jungler ist da hast du nicht hin ja okay okay so das heißt wenn er weiß dass der enemy jungler hier ist von rechts kommt er von links kommt stellt er sich einfach nach rechts sind der ist unganke will und er konnte die ganze zeit offensiv nach vorne spielen jetzt natürlich da geht es einzig dass kassadin vor level 6 geht eh nix und am tower vom gegner kann sich nicht viel machen aber wenn du einfach mal lernst vernünftig auch mal sachen zu checken und seiten zu hauern bist du auch nicht so easy gankable ja das das ist ja wieder dieses was ich auch am anfang gesagt habe du wirkst einfach faul neue sachen ja hast du vielleicht einmal probiert hat nicht geklappt müll wirkt das zumindest ob das jetzt so ist kannst du mich selbst sagen sondern du 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 bist einfach wie sowieso helikopter eltern ne dem kind darf nichts passieren ich manage alles und jenes nichts was risiko hat und weißt du was da rauskommt ein drecks kind gibt man sich nichts traut muttersöhnchen alleine kriegt er nichts geschissen wohnt bis er 40 50 ist immer noch bei mami ja und kann dann froh sein wenn er irgendeine frau aus irgendeinem dritten weltland bekommt ich dachte das wollen wir alle so es gibt einen wichtigen spruch ein fehler ist erst dann ein fehler wenn du nicht daraus gelernt hast und ich habe das gefühl für dich ist ist ein fehler ich traue mich einfach nichts mehr ich mache nichts ich hoffe darauf dass mein gegner bad ist dass er egal ich schwöre dieser urgott und dieser sinnrad die waren schon illegal was die gemacht haben ja die waren echt dogshit habe ich also das merke ich aber auch und dann ist es und dann ist es umso peinlicher dass du nicht mehr rausgeholt hast denn wie gesagt du kannst immer noch bei den 10 cs bleiben aber wenn dein gegner bad ist sie doch ihn runter auf 9 cs verstehst du ich sag ehrlich ich habe noch nie darüber nachgedacht also so wie du das jetzt vorgekehrt dass bei dem sind dabei spielt dass ich quasi ihre ihr mann einfach aus der tasche zieht das das werde ich auf jeden fall in der zukunft öfter so machen wie du es gesagt hast gut ich wäre eigentlich auch soweit fertig war jetzt auch wirklich sehr viel gelaber ja ja auch schon nächsten hast du denn noch fragen ich überlege gerade ganz kurz nee also auf direkt hätte ich keine frage ich obwohl ich hätte eine frage wie heißt dieser kassadin main streamt er ich weiß gar nicht ob da die streams schickt ihr seinen namen mal zu doch das sind ja gerade in 10 kassadin gameplay crazy combos let's fucking go okay bei dem werde ich mal reinschauen mal sehen wo er hat sogar kehrmann der sexy mann gut aussehend hier auf englisch ja alles ich glaube ich kann englisch okay also wenn die sonst ja sorry also pass auf was du sagst okay der hat beim coachen zugehört der themen bekommen aber er ist guter junger ist guter jung ja ist ja alles entspannt also ich bin auch entspannt sich also wie gesagt ich habe deine flamings nicht ernst genommen so seine auch nicht weil ich bin ja ich bin ja offen so ich das einzige was ich halt nicht so gut kann ist wie sagt zum beispiel von everfrost wegkommen ich weiß nicht zum beispiel crown ich habe noch nie crown gebildet ich weiß auch nicht keine ahnung ich finde wann würdest du jemals crown bilden was außer gegen jace oder würdest du gegen jace crown bilden oder gegen wen das weiß nicht jetzt die uns immer als meine übertragung an doch sie holen wir die statistiken raus okay und du siehst hier wenn uns die mythic items angucken das hier wird weitaus mehr gebaut als dein everfrost okay ja ich weiß ich weiß musst du die frage stellen wofür sind denn diese items da crown ist geil um burst aufzuhalten richtig ja das heißt wenn das enemy team zum beispiel sehr viel cc hat kannst du über nachdenken und sehr viel cc und burst kannst du nachdenken dass du die crown holst warum wenn sie dich locken und ich weg bürsten wollen ist das nicht möglich du hast das crown shield dann hast du vielleicht noch mal ein hourglass dann hast du vielleicht noch mal da hast du dein dein seraph das kann sehr viel damage aufhalten ist insane ja wenn die aber vielleicht nicht so viel burst haben denn crown ist hauptsächlich geil für burst kannst du vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken okay also wo ich überlege also würdest du sagen in der regel sollte man road of ages bauen auf kasse die mittlerweile ich sag zu dir dasselbe was ich immer sage denk nach die alle items sind weibel diese drei items hier sind weibel everfrost hat eine niedrige winrate right das heißt nicht dass es immer bad ist es heißt also es heißt er es ist im durchschnitt bad ja aber es hat auch seine nische so und jedes dieser items erfüllt doch einen einen anderen zweck das hier ist gut gegen burst das hier ist geil wenn du börsten willst das ist geil wenn du etwas cc oder utility mit reinbringen möchtest und das ist halt cool für consistency gerade auch für so längere fights no amin wofür holst du die voids auf als zweites item nein nein es muss ja eine kondition erfüllt sein damit du damit du sie holst meistens ist es wenn die gegner magiere sie haben sehen sie mir auch es ist item 345 ist es dabei frozen heart zum beispiel wann holst du dir das wenn der gegner wirklich heavy ad ist right jedes item hat seine condition wann wir es uns kaufen außerhalb parkour items ne klar du hast ja fast immer arg angels second ja okay 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 also ja eine letzte frage noch ja weil ich will echt nicht böse sein der nächste warte jetzt auch schon seit fast zehn minuten wenn du danach noch was haben solltest kannst du mir gerne auf discord schreiben okay und würdest sagen du konntest von dem alten typen was lernen ja auf jeden fall auf jeden fall doch 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 ich habe auf jeden fall jetzt im replay vor allem halt eine einige fehler gesehen wo ich zum beispiel die gegner mehr panischen könnte wenn ich die früße hätte zum beispiel oder wenn ich sendra mehr das mana einfach wassen lassen aber bei dem urgott gameplay zum beispiel brauche ich habe noch nie gegen urgott gemächt gelangt weißt du vielleicht mal vor paar jahren als riven top so aber ist halt auch jahre hatte ich ja nichts gegen das problem war ja nicht dass ich sage sein damage und seine tankiness nicht einschätzen kannst hätte ich ja nichts dagegen gesagt so klar aber du weißt ja grundsätzlich auch nicht so wirklich ich sag's ehrlich ist ja völlig in ordnung weil lehnt man nicht oft dagegen das ist etwas das muss man halt selbst spüren aber du kennst ja trotzdem seine spells du weißt ja auch was was ein renger macht ohne dass du ihn selbst gespielt hast oder dass du ja 100 prozent okay dann wenn es doch was gibt magic of discord bei mir ja okay dann ja dann hoffe ich doch auch dass du zufrieden bist und dann ich bin ich bin zufrieden wo war cool trotzdem war auch du hast das mal nicht ehrlich gesagt nein auf gar keinen fall auf gar keinen fall okay gut dann wäre ich jetzt weg oder wünsche ich noch gut okay ich dir auch und auch schönen Abend an den chat aus rein dann